Ach. Gen. Das ist aber wenig Delay auf dem Stream. Hallo. Tag, es gibt bei mir kein Spiel. Stream startet. Sonntag. Arata Tag. Und ich lag mich ein auf Aka Arata. Ich bin erstmal in der Queue. Oh damn. So ein bisschen. Ach der Sound ist ja weg wenn ich rausdrüppel. Ein bisschen meine Leistung monitoren nebenbei. Mach ich das am dümmsten. So maybe? Ah. Ah. Entschuldigung. Ähm. Genau. Gestern. Hab ich ja zusammen mit C-Burk ein bisschen. Gelevelt. Ich hab gestern noch ein bisschen mein Interface größer gemacht. Dass ich ein bisschen besser was sehe hier. mit meinen. Alten müden Augen. Man kann den Chat einfach so verschieben. Ah. Cool. Ich wollte den noch größer machen. Äh. Äh. Ich bin direkt wie überfordert. Also wir haben gestern noch so eine. Eine Quest gemacht. Da musste ich dann so ein. Ähm. So einen Golem töten. Und jetzt hab ich so Freibriefe freigeschaltet hier. Das guck ich mir gleich mal an. Man muss ich das hier kurz lesen. Empfohlene Inhalte. Die hab ich jetzt wieder zugemacht die Liste. Naja. Also blau muss ich. Blau schaltet Beispiel. Freibrief von Zwieselgon. Gondrant. Ist verantwortlich. Den gucken wir jetzt mal an den Gondrant hier. Verantwortlich für die Ausgabe und Freibriefen im Hexenstäbchen bietet ihr eine Einführung in die Welt der Freibriefen an. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, deswegen spreche ich dich an. Offizielle Erlasse der Abenteuergilde erledigen, die wir im Auftrag hilfesuchender Bürger gegen Abenteuerer enthalten. Okay, also... Mit Tierney sprechen. Tierney, wo... Okay, aber wir nehmen auch gleich die Hauptquest hier an. Zum Gut Zwieselgrund. Aha, also in die nächste Quest-Area sozusagen. Ja, ich gefallen mir gut in meiner Rolle. Im Südwesten des Waldes liegt Gut Zwieselgrund. Da war ich auch schon mal. Leute arbeiten hart, können deine Hilfe gebrauchen. Das ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit Ätherin. Ja, ich nehme da eine Linien-Chocobo. Das habe ich nämlich auch schon mal ausprobiert gestern. Äh, wo ist... Ja, nee... Auch am Zwieselgrund. Also beides am Zwieselgrund. Gut, dann nehme ich doch da mal den, äh, Linien-Chocobo hin. Hier ist der, ne? Ja. Linien-Chocobo... Nach... Gut Zwieselgrund. Gut Zwieselgrund. Oh, die lässt es aber... Ha! Okay, die war ja ganz schön... Ich weiß nicht, wo die auf einmal herkommt. Ich bin aus Stufe 14 schon. Und man kann jederzeit absteigen. Alter, die milden... Das ist wie Skorpione... Huah! Alter, gerade so hat sich das vorgeöffnet. Und... Wo komme ich doch jetzt hier schon an, oder? Da oben? Äh... Hat sie Chocobo? Nee. Ah, hier. Hm, danke. unclea, ... Tschüsli. Äh, muss ich mit... Tien, da ist die Person... Die Freiberuf... Wollte übrigens... Also, das hier ist ja jetzt ein Kick, ne? Ich wollte nämlich gleich mal ein bisschen... Wolltet ihr nämlich gleich mal anders belegen. Also, gehen auf die Tastenbelegung, Kommandos und das ist die Fünf, jetzt hätte ich keine auf R, anwenden. Freibrief. Seid gegrüßt, ich bin Tierney. Kontran konnte dich überreden, mich aufzusuchen. Ja, ein Freibrief, weiß ich ungefähr, was das ist. Erstmal muss ich sicherstellen, dass deine Fähigkeiten wirklich so beeindruckend sind. Naja, ich habe einen Golem erschlagen, ne. Muss man auch erstmal machen. Oh, jetzt muss ich einen Freibrief machen. Ein Rudel an Oli... Entschuldigung, ich werde ganz viel geädelt heute. Ich habe nicht so viel geschlafen, naja, ich habe schon viel geschlafen, aber irgendwie ganz schlecht. Die örtlichen Kokobo-Züchter sind besorgt, dass ihre Vögel in Gefahr seien. Okay. Zeitlimit 20 Minuten. Oh, öffne dein Archiv über das Hauptmenü und beginne mit dem ausgewählten Freibrief. Einzelne Anolis versuchen zu fliehen. Dann erscheinen neue... Äh... Ich... Forg mal noch mit meinem Hauptquestgeber. Vielleicht lässt sich das ja... ...bisschen verbinden. Hier. Ketha. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Ketha, die Verwalterin von Gut Zwieselgrund. Einiges von dir gehört. Nur Gutes natürlich. Das weiß man ja nie. Sicher hartabende, Leute. Ja, ich möchte euch gerne unterstützen hier auf dem Gut. Gib mir mal einen Auftrag. Und ich werde dich nicht enttäuschen. Eine Hanfhose. Plus 22. Kierke Konstitution. Die bringt es mir mehr. Ich bin ja Nahkämpfer, da brauche ich doch keine Zauberkraft und so. Oh, und ich bin 15 geworden. Da kann ich ja auch schon wieder... ...in meine... ...kann ich dann nicht auch hier wieder gleich... ...was annehmen? Ei, ei, ei. Der nächste Klassen- bzw. Jobauftrag kann ich jetzt annehmen. Einen Tipp für Stufe 15? Ja, immer gerne. Ich nehme immer gerne alle Tipps an. Jetzt nehme ich mal hier das zerbrochene Ei an. Ein Kikieren hat ein Chocobo-Ei zermalmt. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Mit diesem Freibrief muss ich abschließen. Gildenaufträge. Kommandos lassen sich nur durch das... Ach, Kommandos sind die Fähigkeiten. Das heißt, ich muss die Gildenaufträge immer machen. Für neue Spells. Für einen Freibrief zu beginnen. Oder die Taste J. Also mache ich meinen... ...S-Log hier auf. Ein Klick auf die Schaltfläche Karte. Hier. Damit gucke ich mir dann an, wo es ist. Und dann... ...wenn ich da bin, öffne ich das Archiv. Wähle den Freibrief-Klicke auf Beginnen. Okay, das machen wir gleich. Das habe ich mir hoffentlich gemerkt. Lehrmeister. Grünes Pflanzen-Symbol. Auf der Karte geht. Jetzt kann ich die Anfänger-Arena machen. Tutorial-Kämpfe. Und es gibt eine Rüstung. Und ein Ring für mehr XP. Oh, da wird ja richtig Power gelevelt. Grüne Pflanze auf der Karte. Hier ist so ein Lehrmeister zum Beispiel. Oder da. Vor den Dungeons. Okay. Kommt auf die To-Do. Moment, Freibrief annehmen. Hatte ich doch gerade schon. Alle zwölf Stunden kriege ich drei Freibrief-Vollmachten. Okay, das kann ich also nicht immer machen. Was mache ich denn jetzt als erstes? Ich müsste auch diese Klassen-Quest machen. Ich kümmere mich erst mal um das zerbrochene Ei. Das ist ja für Level 10. Ich bin ja schon jetzt völlig überlevelt. Ich dachte kurz, das hier wäre ein Friedhof. Aber es ist einfach... Äh... Pol? Oder so? Aber zu dem Lehrmeister gehe ich dann auf jeden Fall. Oh, Fade-Bereich. Gott, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin schon glücklich. Roseline. Roseline. Ich weiß nicht, ob wir die Namen englisch aussprechen sollen oder deutsch. Ja, eins der Eier ist zerbrochen. Kokobo-Mord haben sie sich zur Schuld bekommen lassen. Oh je. Ich finde die Höhle westlich von hier und bestrafe die... Die Chiren. Indem ich 4 erschlage. Okay. Was hat der hier für einen crazy Mantel an? Einen Sneaker. Äh... Die Höhle westlich von hier... Hier drin. Da irgendwo schon. Da unten ist doch eine Höhle. Guck mal noch da mal da hin. Ah, ich habe gerade einen Schaden bekommen. Es gibt also einen falschen. Wojang-Avatar. Das ist der mit dem coolen... Mit dem coolen Umhang. Ah, okay. Das sind die, die ich töten muss. Ein bisschen... Oh, da sind gleich 3 auf einmal. Und ich habe... Oh, 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 oh. Jetzt habe ich aber groß gepult hier. Mache ich mal meinen... Live-Leech-Skill an. Ich habe doch jetzt alle erschlagen hier, ne? Konnt einfach schon einen Minute zurück. Was ist denn dieses... Der Freibrief. Ach, das ist auch gleich hier. Okay, das heißt, ich gehe in diesen grünen... ...Kreis. Schuppte Gefahr. Karte. Da bin ich, ja. Beginnen. Das tiefer Wald ist nicht dein Heimatpunkt. Wenn ich zurückkehre, wird der Freibrief fehlgeschlagen abgebrochen. Ja, ich kehre ja nicht zurück. Geschuppte Gefahr. Stufe 10. Und ich bin 15. Das heißt, ich mache dieses plus 4. Wenn ich da alle Gegner... Die hier... Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, da. Anolis Fleischer. Ah, ich bin ein vollidiot. Okay, jetzt war schon mal einer. Da ist der nächste. Zwei. Ah. Hier ist der dritte. Auf den Baum. Uiuiuiui. Kann der... Kann der herkommen? Ja. Danke. Und jetzt habe ich den Freibrief abgeschlossen. Oh. Ich kehre mal zurück. Ah, da kann man dann automatisch... Freibichbelohnung. Man kann direkt zurückkehren. Okay. Aufgabe habe ich geschafft. Gemacht. Das habe ich verstanden. Ohne es zu lesen. Und das mit der Schwierigkeit... Glaube ich, habe ich auch richtig erkannt. Mein erster Ausflug ist von Erfolg gekrönt. Meine Vergütung wurde auch um vier Stufen erhöht. Und weil ich so schnell war. Oha, Ridge. Moment. Routine. Das hier ist Gil. Der wechselt es immer. Und Ohrringe. Keinerlei Bedenken, dich mit den Aufgaben zu betrauen. Ja, danke. Und dann ist er direkt wieder blau. Ich möchte Arbeit anbieten. Es geht um Gildengeheiße. Gildengeheißen. Sprich in dem Zelt mit Kommandeur Ribald. Äh, hier. Naja, der ist ja eher vor im Zelt, ne? Wollen wir mal sehen, ob... Warum wird das manchmal so unscharf? Weil sind das noch meine Augen von gestern. Die Freibriefe waren so leicht, dass ich sie alleine erledigen konnte. Bei den Gildengeheißen ist das was anderes. Wir geben sie an Abenteurergruppen weiter. Eine hohe Belohnung. Sprich mich an, wenn du dich mit deinen Freunden an einem Gildengeheiß versuchen möchtest. Okay, ähm... Eintrag oder Äther? Wollen wir noch Eintrag? Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob... Cburg heute noch online kommt. Dann mache ich das später mit ihm. Ein normaler Inhalt wurde der Inhaltssuche hinzugefügt. An Mehrspieler Inhalten wie Dungeons und Gilden geheißen, ohne eine Gruppe bilden zu müssen. Wähle dazu Inhaltssuche im Hauptmenü aus. Äh, ne, hier, ne? P, okay. Ich glaube, ich verstehe, wie das funktioniert. Dann melden man sich an und dann kriegt man Sachen. Eins bis vier Spieler. Ein Verteidiger, ein Heiler, zwei Angreifer. Keine Klassenbeschränkung oder so. Cool. Da kümmern wir uns dann drum. Aber jetzt habe ich hier die Quest da gar nicht abgegeben. Hier, der Bujek-Avagnar, der macht gerade dasselbe wie ich. Äh, hier? Hoch. Oh! Ich habe immer Angst, dass das Tor nicht rechtzeitig aufgeht. Ich bin immer recht, äh, verdächtig. Rosalyn. Ja, ich habe die Kikieren bestraft. Weiß halt aber nicht, ob das die anderen davon abhält, weiter Chocobo-Eier zu klauen. Also, ich meine, es sind halt irgendwelche Tiere, ne? Die kommunizieren wahrscheinlich nicht so. So, Aktion, Reaktion. Weiß ich. Warte, hände ich ja. Ah! Ja, es ist Zeit für ein Be-Real. Wirklich? Ich habe kein Be-Real gepostet. Falls es schon Zeit war. Äh. O'Sha-Yab. Oh Gott, jetzt kommen wieder viele Worte, die mir gar nichts sagen. Oh, Gehirnfokus. An Nofikas Lethe muss die Himmelssäulenwurzel von Blauschimmerpilzen gesäubert werden. Freiwillige können sich bei O'Sha-Yab vom Klageregiment melden. Okay. Ist es schwindelfrei? Ne, eigentlich nicht. Die Pilze sehen sie aus. Sie vermehren sich schnell und würden die Wurzel zerfressen, wenn wir sie nicht entfernen. Du musst aufpassen, dass du nicht herunterfällst. Sonst brichst du dir noch alle Knochen und den Rest erledigen. Dann schau der Milben und andere Kreaturen. Alter, da werde ich dann gefoodert, weil lebendige bleibe. Ach, ich muss hier hoch und die Pilze sammeln. Was hier Acurio Rennen auch gerade macht in seiner neuen Rüstung. Oh Gott, dann geht das von hier. Uah. Ich habe gestern mal ein bisschen noch, äh... Cool, danke, Bro. Uah. Ich habe gestern mal noch ein bisschen so, äh... gegoogelt nach den ganzen Jobs, die man haben kann. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und, äh... Was ich nicht so ganz verstehe, ist, äh... Also bei Heilern ist es irgendwie so, dass man heilt und zusätzlich so viel Schaden wie möglich macht. Finde ich ein interessantes Konzept. Es hört sich aber auch sehr stressig an. Das so im Blick zu halten. Und was ich auch... Also wo ich mir auch nicht ganz sicher bin... Wenn ich Level 30 bin, kann ich alles machen. Also... Ist eigentlich völlig egal, dass ich jetzt am Anfang hier Pekingier spiele. Wenn ich Level 30 bin, kann ich auch sagen, ey... Ich werde jetzt... Druiden. Oder... Paladinen. Paladine. Ich habe die Schimmerpilze entfernt. Ja, die Wurzel ist ein wichtiger Weg. Ja, da bin ich ja auch gerade rüber. Von der Göttin Nofika. Oh! Alter, ein Bronzeschaller für den Kopf. Julio. Ich werde ja gleich mal die Ausrüstung optimieren. Ah, ich habe auch eine bessere Hose. Bessere Ohrringe. Oh, nein. Oh, hm. Naja, das sieht ja cool aus. Hm. Theodor hat was im Wald entdeckt. Ja, was hat er denn entdeckt? Verdächtige Gestalten. Kannst du Rosalindern Bescheid sagen? Ja, kann ich. Aber ich möchte... Ich muss auch... Oh Gott, okay. Äh, ich werde... Ich möchte jetzt eigentlich erstmal meine... Links annehmen. Meine... Meine Gilden Quest. Oh, was sind das hier für Dudes? Ich mache jetzt erst die Gilden Quest und dann gehe ich mal zu diesem Lehrmeister. Und dann machen wir mit der Hauptsorge weiter. Hier wieder die 2B-Hose und eine Jeans. Und einen Kelvin Klein-Sport-BH. Kelvin Klein-Beste-Unterwäsche. Habe ich gerade auch. Egal. Hier ist eine blaue Quest. Achso, das sind diese... Es gibt ja auch Berufe und andere Jobs. Ich mache erstmal nichts bis Level 30. Jetzt ist der Cooldown 900 Sekunden Sinn. 15 Minuten. Mathe ist meine Passion. Ah ja. Der schickt mich jetzt aber wieder auf eine Mission. Hey, Ivan. Oh, oh. Reißende Clown. Eine physische Fernkampf-Attacke. Lerne ich damit. Und ich kriege eine... Ah, endlich eine schönere Sperrkampf-Waffe. Alter. Und ich kann mir noch... Oh, 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 oh. Und noch Gier. Ui, 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 okay. Der nämlich an Volkes, der meine Prüfung gestört hat. Ja. Der war wieder hier. Ich bin im Ostwald gegangen, um sich zu duellieren. Das muss ich doch bestimmt aufhalten. Im Ostwald. Ah, okay. Ich kann auch direkt in den Ostwald von hier. Habe ich das richtig verstanden? Hier mit dem... Mit der Fähre. Der braucht schon Tore. Wäre... Wäre... Ich zum... Nee, okay. Moment. Hier? So. Kann ich nicht reden mit dem? Okay. Die andere Methode, in diesen Ostwald zu kommen... ...die ich noch nicht erforscht habe... ...wäre über den Tiefenwald. Aber wenn das hier Lavendelbeete ist, dann müsste er die andere Option mich... ...an den Steg im Ostwald bringen. Ah, da komme ich bestimmt später auch noch mal hin für eine Quest. Ich will jetzt erst die hier... Also zum Honigblumensteg fahre ich. Oh, Kartograf! Level up! 17 schon! Oh Gott, es geht viel zu schnell. Oh, ich sehe schon, dass ich mir nächste Woche sofort die Vollversion holen muss. Okay. Im Ostwald... ...suchen wir den Volkes und den... ...die auch immer der andere heißt. Zum Duellieren. Ach, es bleibt ein Cozy-Stream auf jeden Fall. Okay, es geht. Hat er das Duell schon gewonnen? Der hat den doch gefesselt hier, oder? Erinnerst du dich an mich? Ja. Könntest du deinen Gönner vergessen, der dir die wahre Bedeutung von Mut offenbart hat? Wichtig ist, dass du den Stein der Resolution gebogen hast. Das habe ich gemacht. Erhält mir eine Aufgabe. Ob du willst oder nicht, dir bleibt keine Wahl. Solltest du dich verweigern, kann ich nicht für das Wohl deines Freundes garantieren. Bei unserer letzten Zusammenkunft sagte ich dir, dass eine Pekingierin nur im Angesicht großer Gefahr war. Mut entdeckt. Deshalb habe ich mir erlaubt, würdige Gegner auszuwählen. Nimm diese Tinktur und gieße sie über die Wurzeln des großen Baums. Das wird den Zorn eines Wesens erregen, das du im Kampf besiegen musst. Den hier, oder was? Oh, da ist der große Baum. Hier sind einige sehr groß. Oh, wie konnte ich den nicht sehen? Jetzt gieße ich die alchemistische Tinktur drauf. Oh yeah, baby! Jetzt stresst du mich. So agil und wendlich wie ich bin. Der fällt einfach auch schnell um. Muss man sagen. Ja, einfach crazy. Crazy drauf! Du hast die erzürnte Ulme besiegt. Ich habe meinen Mut weiter gefestigt. Kommen wir zur nächsten Prüfung, bei der du gegen mehrere Feine bestehen musst. Gehe zum Mogheri-Stubben im tiefen Wald und leg dich dort auf die Lauer. Dort ziehen blusdürstige Wölfe vorbei. Warte auf die Meute. Er schlage den Alpha Wolf. Okay. Im tiefen Wald war das, ne? Ja, das muss eh für alle Quests ziehen. Ich habe in den tiefen Wald gehen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Äh. Ich bin immer überfordert, wo ich hin muss. Man sieht immer so viele Symbole auf der Map. Also hier ist Gestalten im Unterholz. Das ist diese Hauptquest. Naja, ich kann ja... Warte. Da oben! Gefunden. Da lege ich mich auf die Lauer. Hinter dem Wasserfall. Ah ne, oben wahrscheinlich. Hier, da vorne, wo es leuchtet. Warten. Da liege ich ja wirklich... Da liege ich ja wirklich auf der Lauer jetzt so. Oh. So viel 19? Hätte ich vielleicht doch erst das andere machen sollen. Egal. Ich bin ready für den Fight. Der rückt auf rück. Der fightet auch noch mit, oder was? Wenn der Wolf dich paralysiert, ist es so gut wie vorbei. Ich muss einfach nur mehreren ausweichen. Okay, wo ist der Alpha Wolf? Da. Den schnapp ich mir. Auf geht's, Volkes. Du machst den Rest hier. Ja, 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 ja. Come on! Jetzt sind es aber viele. Ich brauche meine Augen nicht. Der hat einen Blindtrunk benutzt. Macht er ihn blind und... Da. Okay, Alpha Wolf down. Deine Arbeit ist getan. Was denn? Er hat doch nichts gemacht. Ich habe doch den Alpha Wolf getötet. Das schaffen wir easy. Wenn ich so eine Pike habe, warum kann ich mich nicht im Kreis drehen und allen gleichzeitig Schaden machen? Geheilt. Geheilt. Und den letzten auch noch ganz easy wegpiksen. Ich habe 30 Minuten Zeit gehabt für... Gut gemacht. Mein Mut ist weiter gewachsen. Huch, warum ist der so klein? Ach, war ich da oben stehen. Ach, der gerade schon. Hm. Muss der Gilde den Rücken kehren und ihm folgen? Warum nicht? Ich finde beides okay. 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 Ich gehe jetzt schnell nach Neugridania und mir meine Dings abholen. Wie heißt es? Mein Kommando, mein neues. Ich habe da gegen den Baum gesprungen mit meinem Kopf. Ach, das war doch laut gerade. Ach, dieser Waldschrat-Ableger. Ich drücke mal B, wenn ich ins Ingen-Tag komme. Ich... Synthesematerial. Ich lege es halt nicht mal... irgendwelche Sachen, die ich verkaufen kann. Das hier auf jeden Fall. Das hier auf jeden Fall. Oh, mir Hörnchen-Steak. Das ist Buff-Food. Damit kann ich mich heilen mit dem Heiltrank und mit der Feder. Okay. Da sind ziemlich viele mit diesem Blatt neben dem Namen unterwegs. Auf Raiden. Oh. Oh, die ist aber sehr dick. Gut. Okay. Bin ich froh, dass du lebst. Der Duell Land ist zurückkommen, hat alles erzählt. Ja, ich habe die Wölfe auch geklärt, ne? Also. Die Niere gewinnen Mut aus Selbstbeherrschung und Entschlossenheit aus nichts anderem. Nur weil ich diese Tugend habe ich seine... Ja, bin einfach krass. Einfach krass. Es ist an der Zeit, dir die Technik reißende Klauen beizubringen. Möchtest du damit weitere mutige Taten? Gut, entschuldige mich bitte. Ich muss darüber nachdenken, wie wir mit Volksverfahren sollen. Naja, es kommt doch irgendwie niemand gegen ihn an. Der ist hier reingekommen und niemand hat sich ihm entgegengestellt. Oh, jetzt. Ehrenkampfattacke. Und dazu... Plus 10. Plus 23. Plus 7. Plus 9. Ja, dann nehme ich die Handschuhe. Ich würde sagen, es ist das Beste. Kommando, reißende Klauen. Oh, die nächste ist rot. Jetzt wollte ich die neuen Handschuhe. Aber dieses Ausrüstung optimieren ist echt... Gut. Das gefällt mir gut. Reißende Klauen, ein Fernkampfangriff. Den hätte ich gerne auf... Dann hätte ich gerne eine andere Taste. Das heißt, es geht jetzt schon wieder weiter. Gut, die Taste macht gar nichts. Tastenbelegung. Kommandos. Auf der 6 ist der. Und das wird zu F. Besteuerung 1 wird übrigens mal zu... Rift 1, 2, 3, Rift 4, Rift R, Rift F. Soll ich Fokus... Fokusziel setzen? Hoffentlich freut es mich. So, jetzt kann ich wieder ins Unterholz. Gibt es hier einen... Linien-Schuppi? Nee. Boah, ich freue mich so, wenn ich später... Hunger bekomme. So in... 1, 2 Stunden. Dann machen wir ein kurzes Stream-Päuschen. Und hier ganz... Lecker... Äh... Gnocchi... Scharf angebraten. Mit Paprika und Käse. So eine dicke... Dicke Bomben-Portion zu fooden. Wazzi, Keluwazzi. Ha, bis weg. Äh... Linien-Chocobo? Hier war der. Das habe ich jetzt gelernt. Linien-Chocobo in den Zwieselwald? Passt. Gut Zwieselgrund. Für 5... Jill. Deal. 5 Geld. Was ist hier mit dieser Leiste eigentlich? Ich weiß es nicht. Diese Reitmusik ist schon ein bisschen... ein bisschen cheesy. Halt, ich kann hier absteigen. Ha. Supersmart. Rosalyn wollen wir. Rosalyn Theodor hat verdächtige Gestalten in den Büschen gesehen. Ob das diese... Ah, wie heißen die? Ixal? Ix... 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 Ixen? Ich gehe mal auf die Spuren suche und gucke mir diese... Ich gucke mir diese Büsche mal an. Hier so. Ein Lederbeutel. Und Lagerfeuer auch. Und es glüht noch. Es ist noch heiß. Spüre es. Es ist noch heiß. Habe ich Hinweise auf die scheuen Besucher gefunden? Da muss ich das Handy gucken. Blipp. Mein Handy. Ach, das ist Duolingo. Sehr gut. Der hat eine Freundin von mir. Hat 350 Wörter gelernt. Bei einer Feuerstelle. Eine Chocobo-Bürste ist drin im Beutel und Röslingöl. Merkwürdig. Warum sollte jemand da kampieren? Oh, das sind irgendwelche Wilderer. Neue Stiefel. Spüre 18. Du hast das Kommando Drachengriff erlernt. Boah, jetzt langsam wird es aber... Moment. Bonus Drachenklaue. Ist Drachenklaue was anderes von mir? Hm. Das ist eine physische Attacke. Jetzt muss ich mal ein bisschen um... Ähm. Ah ja, das bufft mich also selber. Dann mache ich mehr Schaden. Dann kann ich hier jetzt... So, weil es... Ah. Ah. Aha. Okay. Bär die Augen auf. Rosalyn möchte die Wachen in der näheren Umgebung über die verdächtigen Personen informieren. So, ich muss übrigens kurz mal auf Twitch was gucken. Ähm. Wundern. Ich bin ganz kurz ausgetappt. Tappt. Weil. Ich gerne. Binde diesen Werbungsmanager nicht. Ich wollte nämlich... Nämlich viel zu viel Werbung im Moment. Oh, ich kann es nicht beeilen. Oh. Ich kann es nicht ändern. Danke Twitch. Die Wachen informieren über dieses Lagerfeuer. Ja. Das mache ich früher oder später. Aber jetzt... Erstmal gehe ich jetzt zu so einem Lehrmeister. Welches... Die sind ungefähr gleich entfernt. Und ich gehe mal zu dem. Zu dem hier beim Hauke Herrenhaus. Das ist im... Westen. Da muss ich bestimmt hier hoch. Um da hinzukommen. Oh. Oh. Und dann... Da mal hin und mach das mal. Nachdem... Äh... Chrissy mir das... Empfohlen hat. Für... Was nochmal? Eine Rüstung. Und ein Ring, mit dem er noch schneller levelt. Ins Level geht ja jetzt schon super schnell. Ich bin ja jetzt schon Level 18. Und ich habe vielleicht... Drei Stunden. Vier Stunden gespielt. Oh, die sind ja Level 30. Oh. Soll ich... Da schon sein? Vielleicht gehe ich doch lieber zum anderen. Die brütenden Zitz sind ja Level 30. So, jetzt gucke ich mir mal Fallschaden an. Oh. Ich dachte, ich kann tiefer springen. Kann man durch Fallschaden sterben? Oh. Ein HP? Kann man nicht sterben durchfallen? Moin. Ja, man kann auf einen HP droppen. Guck ich mal hier zum... Totenacker. Da hin am klügsten. Und... Wenn ich im Kampf bin, sterbe ich. Ah, okay. Bisschen. Oh. Ich pack einfach Holz. Der... Lehrmeister. Ansonsten mal ein HP Cap. That's good to know. Oh, was ist hier vorne für ein Effektgewitter? Ja, hier sind die Gegner nicht Level 30. Das ist schon mal... vielversprechend. Also, wie viel bringt jetzt eigentlich dieser Routine-Bonus-Buff? Weil es ist ja schon... Level ja ohne irgendein... Also, ohne jegliche Nebenquests zu machen. Ich mach ja nur diese Hauptmission und halt meine... äh... Gilden-Quests. Hier ist der Lehrmeister drin. Line-of-Side-Pull. Mensch, ich hab doch hier die neue Attacke. Sieht die cool aus. Ja. Oh ja. Oh ja. Da. Deine Waffen tragen schon ein paar Kerben. Du siehst aus, wie man etwas erlebt hat. Dann weißt du auch, wie gefährlich es ist allein. Wicht... Es ist wichtig, Gruppen. Der Kampf als Gruppe. Die Techniken dafür lernen sich in der Anfänger-Arena. Im Norden von Bierhafen. Im westlichen Lanosea. Oh, okay. Da kann ich einfach so rein. Ich hab jetzt eine weite Reise vor mir. Im Hauptmenü Spielinhalte und dann Anfänger-Arena. Oder einen der Lehrmeister in den Abenteufer geht. Oh. Okay. Ich weiche Flächenangriffen aus. Behaupte mal, das... Kann ich schon. Okay. Zeig mir, was zu tun ist. Let me in. Let me in. Eine Reihe von Minikämpfen, die die Grundlagen erklären. Ja. Genau. Guten Loot. Das hab ich vorhin auch, äh... Gehört. Gelesen. Deswegen probier das jetzt einfach mal. Sprich mich an, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Ah, jetzt kann ich ihn ansprechen. Absolut bereit. Ich bin der Schatten hier. Das mach ich doch schon die ganze Zeit so. Warum kann ich das hier jetzt eigentlich nicht benutzen? Ah, Combo-Bedingungen. Sauberer Stoß. Moment. Das ist jetzt doch ein sauberer Stoß. Warum kann ich die hier jetzt nicht... Ich möchte das lesen. Und gleichzeitig austeilen. Am Mount farmen. Ui, ist das auch so eine Sache in Final Fantasy? Dieses Kommando... Ach, das hab ich einfach nicht in der Arena. Ach, ich bin gelevelt, singt. Ah ja, da unten. Kann mich nicht bewegen. Da unten sieht ich sicher, dass ich gesinnt bin. Okay. Aber die Fernkampfe habe ich... Ich meine, Speer werfen kann. Du hast deine Lektion gelernt. Und... Ja. Ich mach mich aus. Mit AOE ausweichen. Oh, yo. Oh, yo. Boah, das gibt ja fette XP. Uiuiui. 1400. Dafür, dass ich so ein bisschen... Reisenausweiche. Zack. Okay. Persönlich gebundenen Gegenstand. Und ein seltenen Gegenstand. Moment, das habe ich jetzt nicht gelesen. Egal. Okay, nächste bitte. Ach nee, ich muss nicht mit dem talken. Ach doch, ich kann auch mit dem talken. Zwei neue Mounts bekommen. Bei 9... 9 und 70. Ach du Scheiße. Das ist... Ist das viel? Ich glaub schon. Gegner gemeinsam besiegen. Ja. Mach ich. Kann ich. Na, Y war 14. Als Angreifer in einer Gruppe ist das Feinde so schnell wie möglich zu erledigen. Ah ja, genau. Das ist ja das, was ich mich vorhin gefragt hab. Wenn ich... Wenn ich Level 30 bin, kann ich wirklich... Jeden Job wählen. Also ich kann auch sagen... Ich wär gern... Taumaturk... In... In... Oder... Paladin... In... Oder... Na... Oder ne... Ähm... Und es ist völlig egal, dass ich jetzt Peekinier spiele. Habe ich das denn so richtig verstanden? Kann ich jetzt schon? Komme ich jetzt... Wie komme ich dann auf Level 30? Also Dragoneer zum Beispiel geht der noch nicht? Oder ist Dragoneer einfach Peekinier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber ich habe übrigens nicht gelesen, was... Ach, die Evolution der Klasse. Okay. Ich habe nicht gelesen, was ich machen muss, aber ich vermute mal draufhauen. Weil ich finde so dieses... Ich muss schon sagen, dieses Konzept vom Heilen in, äh... Final Fantasy, dass man auch Schaden macht dazu. Finde ich interessant. Hier ist ein Tipp, wie man sich dem Feind gegenüber positionieren sollte. Ja, ich greife von hinten an. Ah ja, Bogenschütze, Wünste, Bade. Ah, okay. Das heißt, ich muss zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, oh, ich wäre gern Bade, muss ich Bogenschütze-Gilde, das da freischalten. Und dann Level 30 sein. Aber ich kann nicht mit Level 30 direkt Bade freischalten, sondern muss Bogenschütze freischalten. Und dann Bogenschütze auf 30 bringen. Moment, wenn ich meinen... Ja, einen Verteidiger. Ja, ja. Wenn ich, äh... Level separat. Das heißt, ich bin dann, wenn ich auf demselben Charakter meinen Job wechsle, bin ich dann wieder Level 1. Oh, krass. Aber dann habe ich ja diese ganzen Quests schon gemacht. Da muss ich ja mit Nebenquests leveln und mit Bestiarium und so. Dann wäre es ja eigentlich... Hm. Dann wäre es ja eigentlich smart, wenn ich mir jetzt schon überlege. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich... Ob ich Pekingier oder halt Dragonier bleiben möchte, weil es... Es gibt ja schon einige Klassen und ich... Ich stehe auf so... Ja, so, ähm... Wie schreibt man das? So fette Tanks, die schön langsam wuchtig draufhauen. So, das gibt es aber, glaube ich, eh nicht so wirklich in Final Fantasy. Ich glaube sie niedriger als mein höchster Sinn, kriegen auch einen XP-Bonus. Okay. Was mache ich denn hier eigentlich? Wenn meine Gruppe gegen mehrere Gegenteils durch absprechen. Wenn alle den gleichen angreifen. Okay. Ich bin soweit. Let's go. Welches Team bin ich? Rotes Team. Oh, ist ja wie ein PvP-Kampf. Erledige zuerst den Taumaturgie-Lehrer. Das ist der hier. Nächstes die Faustkampf-Lehrerin. Limit. Ich bin doch mit links. Wenn du nicht mit Freunden zusammenarbeitest... Ja. Das hätte ich auch... Hätte ich auch so geschafft. Hätte ich auch so geschafft. So, nächstes. Regineer-Angreifer. Da gibt es aber einige. Angriffen ausweichen. Dann nehme ich doch mal teil. Bin ich ja mal gespannt, wie herausfordernd das jetzt wird. Hätte ich eigentlich ein neues Gear? Nö. Ähm. Ja, ich erinnere mich daran, wie ich gelernt habe, Angriffen auszuweichen. Wende dein Wissen nun an. Ausweichen, angreifen, ausweichen, angreifen. Ja. Habe ich denn die letzten 15... Oder was auch immer, ich für ein echtes Level bin. 18, 19... Level gemacht. Oh, Entschuldigung. Gibt es später zusätzliche Wege, mit Level 1 XP zu bekommen. Okay. Bin bereit, mich der Übung zu stellen. Wir haben ja irgendein gesondertes Ziel. Weiche aus, aber greife auch den Marodeur-Lehrer ein. Das schaffe ich ewig. Und wenn er sich umdreht und castet... Okay, das kam ein bisschen verspätet. Dieses Feuer. Okay. Okay. Neulingsrock. Neulings... Metal. Guck mal mal. Gerade finde ich die Hose eigentlich ganz gut, die ich anhab. Oder ist aber... Äh... Hm. Sieht aber nicht aus, als hätte... Es ist mehr Rüstung, als meine Hose. So. Nächstes. Feindliche Verstärkung aufhalten. Wie viele sind das denn eigentlich? Angriffe sind fixiert, wenn der Marker verschwindet, kann man ohne Probleme in die Animation... Ah, okay, okay. Ich dachte, ich darf da nicht rein, wenn da doch das Feuer lodert. Ich hoffe, ich kriege nur mal einen anderen Helm hier. Verstärkung stürzt sich auf den Droiden. Schalte sie aus, so schnell es geht. Okay. Hey. Speziell in Final Fantasy, das verwirrt WoW-Spieler am Anfang. Ja. Das verwirrt mich ziemlich. Da habe ich nämlich gelernt, wenn Feuer da ist, gehe ich nicht rein. So. Wer ist mein... Oh, Entschuldigung. Ich bin echt... Ich weiß nicht, was ich so gähnen muss heute. Ich bin gar nicht so gähn. So. So. Das ist der Droide. Ich greife den Marodeurlehrer an. Bis die Verstärkung kommt. Hier. Ich kümmere mich drum. Bisschen die adds tanken. Ich muss sagen, so ist der Kampf auch schon interessanter als diese Questmobs in der offenen Welt. Oh nein, ich habe ihn geschafft mit zweimal Verstärkung. So mit ein bisschen... Jetzt muss man... Da muss ich schon ein bisschen denken. Auch wenn es nur so ein Tutorial-Kampf ist. Ich vergiss nie auf Verstärkung zu achten. Oh, es tut mir so leid, dass ich so viel gähnen muss. Ich bin erst um... Ich glaube um acht oder um neun erst ins Bett. Ich habe eine Belohnung verdient. Ah, du bist kein neuer Helm. Okay, noch eine. Das sind jetzt viele. Mit dem Gelände interagieren. here'n. Direns. Glocke. Wir haben ja was zu tun... Mechanismen oder so. Aber ich muss schon sagen, das ist schon cool, dass, also es ist schon aktiver als bei WoW der Fight. Auch wenn ich, wie gesagt, ich finde, es fühlt sich nicht ganz so exakt an, also auch das Laufen und das Springen und so. Ist noch ein bisschen spammig, aber ich glaube, es ist einfach Gewöhnungssache. Oh nein. Ups, ich habe erstmal... Hm. Ich weiß einfach irgendwie teilweise nicht, wann mein Schlag... Äh, oh, hier geht das Tor auf. Ein Hebel. Hebel, Hebel. Ich bin zu spät. Ich weiß halt irgendwie nicht so ganz, wann mein Schlag connect ist. Also die Steuerung passt halt schon, aber so von den Animationen her bin ich mir immer nicht sicher. Wann macht der Schaden? Am Anfang der Animation? Am Ende? Vielleicht muss ich mir auch irgendeinen Farbenblendmodus einschalten. Im Moment, wo ich klicke, wenn ich jetzt klicke, dann macht es ja erst am Ende. Hm. Aber also es liegt nicht an der Steuerung, was ich meine. Es ist so ein... Die Übersetzung. Also es ist so ein Delay, wenn ich hier springen drücke. Dass mein Charakter springt zum Beispiel. Einfach nicht so direkt. Ist wahrscheinlich geiler, aber ich bin halt einfach auch... Äh... Boah. Unfassbar viele Jahre, was anderes gewöhnt. Aber ich bin jetzt zum Lernen hier. Und ich hab Bock, richtig... Krank Schaden zu machen, erst mal. Auf dem Pekingier. Oh, ein Rock. Und äh... Vielleicht hab ich dann auch Bock zu tanken oder zu heilen. Guck mal. So, jetzt aber einen schönen Rock, bitte. Oh, ja, der sieht tatsächlich... Oh, ja, okay. Tatsächlich ganz cute. Gefällt mir. Aber bitte noch einen Helm. Letzte Übung. Aber für die letzte Übung gibt es einen Ring, ne? Gibt es da keinen Kopfschmuck mehr. Oh! Die letzte Übung. Alter, wo bin ich denn? Was ist denn hier? Crazy. Ich bin sowas von bereit. Außenbezirke nehme ich nur nicht wahr. Das ist eine City hier. Bist du bereit, dich der Übung zu stellen? Ja, bin ich. In der Nähe von Bierhafen. Ein Bierhafen ist ja auch der... Dieser Freund ist auch diese Trainings-Arena. Ja, komm, wir tönen den gezählten Dodo hier. Sehr. Das ist ein Neufeind. Sofort meine Heilerin in Ruhe. Das ist eigentlich viele dieser Fähigkeiten mit der Maus benutzen. Ich hab gestern hab ich noch ein bisschen, äh... Also gestern nach dem Stream hab ich ja was gegessen, äh, eingekauft und gegessen. Und dann hab ich noch ein bisschen so auf Twitch reingeguckt, bevor ich, äh, auf eine Party gegangen bin. Und hab da ein, äh, Heilerin zugeschaut. Und dann zwischendurch im Fight immer die Maus geholt und mit Fähigkeit geklickt. Also, nicht ungewöhnlich, es gibt einige, die klicken. Ah, okay, krass. Wie kann man denn da laufen gleichzeitig? Ist das gut? Aber es gibt ja auch einen Controller-Modus. Den hab ich mir gestern auch mal kurz angeguckt. Aber das ist... Das ist nichts für mich. Zum Teil Hotkeys zum Teil klicken. Ja, so wird's bei mir auch sein. Weil ich bin auch, äh, schon dran gewöhnt. Hui. Bin auch dran gewöhnt, dass es ein bisschen... sich anhört, als würde ich einen Roman schreiben. Wenn ich zocke. Äh, Druiden, heil doch den Gladiator. Dann kann ich jetzt schon wieder rein. Hab ich gehört. Sobald das Orangen weg ist, kann ich wieder rein. Die müssen sich verinnerlichen. Jetzt kann ich rein. Oh ja. Okay. Gut, das mach ich mir aber einfach trotzdem nicht zur Angewohnheit. Also, wenn sich's vermeiden lässt. Außer, es ist vielleicht gut für die Positionierung, dass ich mal hinter den Leuten stehe. Es ist wirklich der Sound. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö es ist eigentlich Routine und nicht Erfahrung. Also ich werde mich da wahrscheinlich nicht so schnell umgewöhnen können. So und jetzt wenn ich mit dem talk'e. Ah, bin ich fertig. Okay. Kann ich meinen Helm irgendwie ausblenden? Der ist so eslitsch. Da, Ausrüstung am Kopf anzeigen. Alter, diese Steuerung von dem Fenster ist auch... Wenn die Waffe weggesteckt ist, kann ich die auch ausblenden, wenn ich... okay. Visier schließen? Ah, habe ich keins. Naja, okay. Dann lende ich meinen Helm mal aus. Der gefällt mir nicht so. Gut. Ich muss da hoch. Jetzt bin ich aber überlevelt. Da guckt mich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich habe exakt tausend... nee, zehntausend MP. Meine Sachen kosten nichts. Hier stehen keine Kosten für irgendwelche... wenn ich jetzt z.B. das hier mache... kostet nichts. Ah, Spelling sind der Magie-Klassen. Okay. Hey, Assebastan, alles klärchen. 1.600 Mal pro Schuss. Das fühlt sich ja sicher schnell auf. Oder gibt es Möglichkeiten? Das ist immer... oh no! Elma! Elrong. Was gibt's? Hier ist das Schreiben von Roseline, dass ich ein Lagerfeuer gefunden habe mit einem Lederbeutel. von Chocobo will daran. Bernhard in Zwieselgrund. Nimm ich da nicht gerade her? Nee. Ich finde mich auch nicht so gut zurecht hier ohne die Map, muss ich sagen. Aber ich bin auch nicht der größte... Fan von Waldgebieten. Gibt ja bestimmt noch viele andere, die ich früher oder später finden werde. Okay. Ja gut, Magier-Klassen haben mich immer selten gereizt. Also in allen Spielen reizen mich Magier immer nicht so. Dann wie gesagt am ehesten die... die dicken Tanks. Unbekannte haben im Wald bei Nofikas Lete campiert. Ja, das... Wie gesagt, oben bei den Chocobos hält jemand Wache. Dem bringen wir den Brief jetzt. Nach hinten bei den... beim Stall. Heute ist irgendwie die FPS auch besser, ne? Ich glaube ich habe jetzt inzwischen ganz okaye Einstellungen gefunden, dass ich... äh... selber gut spielen kann. Stream auch halbwegs gut läuft. Endtierbedarf. Proporennen. Also... Nix! Bäm. Das Tor geht aber nach... komisch nach außen auf. Eilgar... Hier ist ein Schreiben. Vorsicht! Vor den... Chokodieben. 4.000 Routine. 8.000 plus 100%?! Aha! Moment! Das ist einfach... Man kriegt einfach doppelt so viel durch diesen Bonus. Wo ist es 19 Uhr? Mein Licht ist angegangen. Auf der anderen Farbe. Elgar... Es ist 19 Uhr. Mein Handy... ...luckt auch. Ich möchte dich auf die Suche nach Monstern schicken. Oh! Habe ich irgendwelche Obst gekauft? Ah, ich habe Kili und Bananen. Ein fahrender Händler hat was... 50% Bonus, 50% vom Erholt Bonus. Bin ich in einem erholten Gebiet? Ah ja, bin ich gerade hier. Da ist der Mond. Was er sich näher ansehen wollte, wurde von übers Großen aus der Luft gegriffen. Kannst du die Straße nach Süden ablaufen, nach gefährlichen, fliegenden Monstern... ...und dem weißen Ding suchen? Das kann ich! Nach Süden. Ach, bin ich noch hier so viel erholt? Das ist ganz schön viel. Ich weiß nicht mal, wo die Straße hier ist. Hier der... Uiuiuiui... Äh... Oh! Okay. Also wer auch immer hier für diese Infrastruktur... ...in diesem Wald zuständig ist. Und diese Dörfer hier gebaut hat. Hätte ich... ...persönlich jetzt vielleicht anders gemacht? Ein Geier-Ei. Das ist, was durch die Luft geflogen ist. Oh, Level-8-Geier. Das ist ja gar keine Herausforderung. Oh, yo! Die Attacke fühlt sich aber nice an. Oh, die... ...bufft mich. Hier. Machenklaue. Wenn ich das anhabe, dann mache ich immer die... Moment! Attacke-Wert 100. Erhöht den Schaden. Kombo-Attacke 250. Das heißt, meine Rotation gerade ist... ...einen sauberen Stoß... ...einmal den Drachengriff... ...und einen sauberen Stoß... ...into... ...Vorpal-Stoß. Bis ich, äh... ...den Drachenklaue-Effekt nicht mehr aktiv habe. Nordkapgeier bei uns im Süden. Sie haben sogar Eier gelegt. Ach, tschöö, was ist denn los? Kommos werden noch länger später. Ja, das... ...das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Finde ich aber nicht so schlimm. Solange mir nicht die Tasten ausgehen. Damit werde ich besser aufpassen. Ähm... Gib mir das Geld. Oh, jetzt bin ich Level 20. Jetzt schon. Möchte jemanden zum Hagebaum schicken. Ah, jetzt muss ich auch wieder zum Gilden, weiß. Gehe südwestlich von hier zum Hagebaum und erinnere die Druiden daran, dass sie sich beeilen muss. Ich wollte nur kurz danach sehen und dann vom Spiegelsee-Steg aus ein Brot nehmen. Okay. Hm... Da ist der Hagebaum. Kannst du in den nächsten Klassen, beziehungsweise... Wie habe ich denn vorher in den Chat verschoben eigentlich? Naja. Kannst nun den nächsten Klassen, beziehungsweise Jobauftrag annehmen. Vielleicht bringt er dir neue Fertigkeiten. Ja, das äh... Schauen wir dann. Schauen wir dann nach. Jetzt bin ich ja grad schon hier unten. Woher weiß ich eigentlich für welche Level diese Dungeons sind. Das war nochmal dieser Groupfinder P. Aha. Da habe ich noch nichts freigeschalten außer dieses Gildengeheiß. Mh-hm. Okay. Mach ich dann auch mal. Gute Güte, was ist denn jetzt los? Wenn die klingelt. Er schreibt mir... Ach, die Tagesschau. Mit den Nachrichten des Tages. Leonie. So ein schöner Name, Leonie. Finde ich. Auch Leona ist auch ein schöner Name. Äh... So spät. Hat das Boot ganz vergessen. Dem Hagebaum geht es... Gut. Eine dunkle Aura aus Tantara. Bitte sag Amel Bescheid und richte hier meine Entschuldigung aus. Äh... Am Spiegelseesteg. Was da? Ähm... Dann pohre ich mich mal zurück. Machen wir mal die Level 20 Quest. Vom Gilden Meister. Wollte ich denn grad sagen? Wollte ich denn grad sagen? Ah genau. Wenn jede... Also... Ich kann... Theoretisch... Mh... Mit meinem Charakter alle Jobs erlernen. Warum würde ich denn dann überhaupt noch einen anderen Charakter wollen? Guck dir den mal an. Der sieht ja krass aus. Crazy. Warum sind die Männer so groß von dieser... Äh... Race? Guck mir jetzt alle Leute an, an denen ich vorbeilauf. Also... Wir... Wir haben... Also das ist doch Transmog, oder? Mit Kettensäge? Uiuiui. Brutal. Hier leuchtet jemand. Das hier sieht aus, wie ich mir ein Final Fantasy Outfit vorstelle. Naja... Vielleicht Netzstrumpfhose und äh... Äh... Absatz. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist zum Fighten. Äh... Hallo. Ich find's aber gut. Kann ich auch in First Person fighten? Hallo. Boah. Mein Mut entscheidet über Leben und Tod. Und ich krieg einen neuen Helm, der noch hässlicher ist als der. Ich bin bereit für die nächste Prüfung. Hier in der Halle drei unserer besten Kämpfer Kämpfe. Ich muss mich nicht zurückhalten. Äh... Ich kann das machen. Wo für 24, ich mach's einfach trotzdem, ne? Ein Problem für mich. stufe 14 der nächste 17 jetzt noch mit meinem sperr auf dich jetzt meinen buff refreshen nächster nummer drei ist der stärkste also da hätte ich jetzt muss ich so der content gescaled wird halt das reicht ich habe hier einfach umgebracht keine übungskampf er ist einfach tot kämpft ok glück gehabt alle alle über erst die kampftechniken beherrscht sie einwandfrei kommen wir zur eigentlichen prüfung ein leben wird auf messers schneide stehen ja mach ich bin ganz gut der volk ist nämlich auch feiert zurzeit ein exempel zu statuieren akarata wird gegen dich antreten wer sie als erstes erfüllt ich dachte ich muss gegen ihn kämpfen das wäre cooler gewesen dem könig der keiler die stirn bieten zehn also ich muss zehn aua sammeln von schweinis dann kommt der könig der keiler wenn ich diese auf den zertrampelten pfad läge und der blutgeruch in schwein ich mache mich sofort auf den weg proclaimed UTE im ostwald Ach shit, ich habe mir diesen Stein hier noch gar nicht geholt, ne? Ähm, ah, ah, ich bin so überfordert. Dazu muss ich mit dem Boot fahren. So ein Honigblumensteak. Und hier. Machen wir uns auf den Weg für die ultimative, oh, der hat einen Mount gehabt. Für die ultimative Prüfung. Der will 14 und reitet. Crazy. Vielleicht ist das so ein Light-Chocobo. Oh, wilde Kyla. Muss ich ja schon erschlagen. Oh, endlich mal was auf meinem Level hier. Auch wenn die ein bisschen mehr aussehen wie Bären. Warum hat er nur einen Hauer? Die haben doch zwei. Kann ich da nicht zwei abreißen? Just saying. Wenn er nicht auch immer vor dem Gegner stehen, ist das so eine Charge-Attack gemacht. Weil sonst macht es ja nicht so viel Unterschied. Ich habe den sauberen Stoß nicht getötet. Meine Routine steigt plus 320%. Eieiei, stimmt. Ich habe jetzt auch noch diesen Ring an. Okay, mehr Kyla. Ich bin schon einige Leute unterwegs. Stufe 60, aufgebrachter Bandit. Und dann lasse ich mal in Ruhe. Der Maus. Ach, Fledermaus. Oh je. Zack, 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 zack. Wie viele Hauer habe ich? Sechs. Von da raus hast du einen Busch hier. Ah, da hat er Powerfarming hier. Okay, zwei noch. Oh nein, der killt auch einen. Crazy Attack von einem Kyla hier. Ach, ich hätte ja schon wieder reingekommen. Kann ich das einfach mit draufhauen? Oh ja. Kann ich tatsächlich. Jetzt wollen wir den Riesen-Kyla. Okay. Ja. Übergeben. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Ich muss es noch benutzen. Alright, ich bin so ready. Hoffentlich ist er wirklich riesig. Hoffentlich ist er eine Herausforderung. Für uns wahrscheinlich nicht. Oh. Er ist auch schon da. Kämpfen wir gemeinsam. So viel größer ist er irgendwie nicht, oder? Naja, okay. Ja, erstmal die Ads. Wenn ich Volk es, wir müssen noch erstmal die anderen Schweinies hier. Okay. So. Der Gegner hat Borstigkeit eingesetzt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber gut, dass er das eingesetzt hat. Gut, 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 gut für das Wildschwein. I guess. Er ruft aber echt viele Verbündete. Exergone. Da hinten kommen die. Der Volk es hat auch nicht mehr so viel Leben. Ich muss mich beeilen. Okay, okay, okay. Was? Ich hab nur die Ads gemacht. Ach, come on. Jetzt echt so ein Blocker? Oder, oder auch nicht. Ich hab dich, homie. Halt er ein, König der Keiler. Wayne. Ergib uns unseren Frevel. Wir werden dein Reich nicht behelligen. Ich hätte ihn noch fast, ich hätte ihn noch gehabt. Oh, ich hasse sowas, wenn man nicht fertig machen kann, darf, so ein Fight. Hätte den doch easy gehabt. Oh, jetzt hat er das übertrieben, der Volk. Ich hab den wahren Weg der Pekingiere gelernt. In... Trief in mir. Okay. Okay, ich bleib zurück. Back to, äh, ausgetoppt. Back to Gridania. Oh nein! So, jetzt hier, kann man wieder Leute gucken. Wir sehen hier in der Kettensäge, die auch hier ist. Dort wird Pirat. Was wie ich. Weiß ich nicht. Blehaare, I guess. Geht auch immer noch da. Da stehen die Leute immer so lange AFK rum. Was machen die denn? Alter, wer macht hier so krasse Schaden? Wer jemand heilt. Ah gut, gar Xirvel. Am Highland. So, Iwain, ich hab ne Menge gelernt. Gut, das ist etwas anderes als Tollkling. Ich hab genug geleistet. Lüstung, Helm plus 13. Ja, neun Helm. Und ja auch ne neue Lanze. Oh. Die Lanze gefällt mir gut. So, und jetzt gönne ich mir mal. Äh. Ja genau, hier gibt's. Was gibt's denn hier? Die Gilde der Gerber. Druiden. Gerber. Da war einiges. Also im Tiefenwald. Also im Tiefenwald. Musste ich nicht zum Zwieselgrunden. Ich muss da runter, ne? Aber ich nehm trotzdem mal hier den Stein. Und teleportier mich mal hin. Bisschen tief die Kamera. Sehr gut. Dann bin ich mal kurz ein. Hupsi. Mal kurz ein paar Minütchen. FK. Bis gleich. Bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sieht schon ganz cool aus, diese Neulingsrüstung hier. Das ist hier das Symbol, dass ich in der Gruppensuche bin mit meinem Namen gerade. Hier, ich muss eigentlich in der erste First Person rumlaufen. Amelie! Blödie verspätet sich. Oh, Drogen, ne, Ike ist schlechter als meins, aber ein Zweig für Droide. Planwagen Überfall. Am Spiegelsiessteg macht sich Amelie Sorgen um eine verunglückte Lieferung. Ein Planwagen mit einer Lieferung aus Mühlenbruch wurde von Monstern angegriffen. Durch ein Wunder wurde niemand verletzt, der Wagen ist umgestürzt. Ja. Im Süden. Hol ich, sammle ich. Eine Baumschnecke, ooooh. Wo ist denn hier vorne? Hier wahrscheinlich. Boah, ist der schnell. Ach, wir spenden uns. Langsam bin ich auf jeden Fall visuell nicht mehr so überfordert, wie gestern ich spüre. Woa. Woa. Wie ich es gestern noch war. Der war ja nur Level 13. Jetzt wird es ja wieder leicht. Wo muss das hin? Da hin, zurück. Na, da bin ich ja ganz schön unterwegs, so. Laufen wir mal First Person. Kann man das Interface ausblenden? Da gibt es bestimmt einen Tastenkürzel für. Hmm. 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 Rollen. Hier. Hier. Ich will mich so umgucken. muss ich hier lang ich muss wieder rollen wo ist rollen da ich bin falsch abgewogen upsi hier den weg lang also in first person fühlt sich das springen besser an muss ich sagen sieht der boden so aus den matschigen nassen waldboden ich doch bestimmt hier oben abgeben oder ah ja habe ich richtig hier ist eine transportkäste die möchte ich dir geben die kutsche wurde nämlich von einem froh überfallen bisher habe ich noch niemanden gefunden für diesen inhalt das macht auch einfach keiner lea sei es wurde geklaut okay ein schild wo alles geklaut wurde muss mich umhören ob jemand was beobachtet hat detektiv arbeit du bist eine wache evmond evmond der mondbär er rannte in richtung tam tara das könnte der eierdieb gewesen sein was will er mit einem ei ums auszubrüten braucht man einen fachmann vielleicht will er es essen ist es eine delikatesse maybe ein fremder ein männlicher elisem das sind die mit den langen hälsen oder okay bei den dritten hinweis bulette bulette rennath wenn hat sie gestreichelt ich habe die augenzeugen befragt die sound wird lauter wenn ich näher hin zoome sound design ganz 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 wichtig finde ich ganz ganz cool hört mal hin hier wenn ich laufe und wo es nicht überdacht ist und regnet und matschig sobald ich wieder unter das dach gehe geil so was finde ich geil so was finde ich uiuiuiui ist die groß uiuiuiui ist die hier groß oder ich bin einfach ich bin so klein bin ich gar nicht es gibt viele die kleine diese lalafee heißen die glaube ich das spiel hey lokalow es geht so lokalot ei wurde gestohlen die kennt sich gut aus und das wertvollste ei herausbrückt jemand aus der heimat ischgard legendären chokobolin ischgard den windtänzern mhm warum ist er zum toten acker tamtara ist der toten acker tamtara nicht ein dungeon muss ich jetzt ein dungeon machen maybe maybe kannst du uns helfen ja vielleicht hat er komplizen sei vorsichtig okay in richtung tamtara ist nach süden ist nach süden ist das ist da ein design wie gesagt das auch hier hier auch nasses gras holz ist ganz schön leise für holz mauer nasse mauer vor allem es ist ja bombastisch das ist ja der wahnsinn hier entweder ist ja irgendwie es ist auch oben drüber ich muss ich oben es raus hier naja ja hier sieht es doch ja, Fade-Ereignis ist mir wurscht ich will nur das da hinten finden hinter den Schaudermilben ein bisschen ruhe mehr für euch und das Ei was geht? den Kampf von der Eierdieb okay ach, kann ich nicht machen, wenn ich hier suche, okay, dann muss ich hier zurückziehen aha dunkelseele Jan Remi gib mir das Ei der hat es geklaut und Kuplu Kupu hat es zurückgeklaut und jetzt kommen ich und Klaus von beiden oh, der hat seine ganze Gang dabei die sind ja two shots die sind ja one shot die ist stärker als gedacht weiter so Kuplu der ist jetzt einfach umgebracht hier Kuplu was ich hier mache Kuplu 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 Pika Pika Klumpf wer beschützt das Ei aha, aha bring das Ei zurück was für ein Move und so ein bisschen so ja, ja, mach ich geil, wenn ich so gut bin aber da haben wir ja auch rechts immer ja auch verrückt zum Zwieselgrund hier, da kann man eigentlich sein Aussehen ändern? also so Haare zum Beispiel also habe ich zwar nicht vor jetzt direkt, aber irgendwann vielleicht ich habe das Ei dabei ja, take it das Gewicht würde ich im Schlaf erkennen oh je oh je in der Fall ist Mogris hätte ich nicht gerechnet das war dieser Apakupo bei der Katastrophe 500 mehr in Mogri das Leben gerettet im Kohlewald okay, I take it äh, das Geld bitte danke du verringerst den ausgeteilten physischen Schaden um 10 und den ausgeteilten magischen um 5 äh ich mich damit nicht schwächer ach so, vom Gegner ah okay understand it gestern hat ein Ballon fliegen sie in V3 sondern auch die X-Zahl waren in dem Ballon eine unheimliche Gestalt wird gesichtet das geht nicht lange nicht nicht mehr lange gut äh okay und ich muss den Million geben das ist doch meine Klingelklopfe das ist doch meine Freundin hier im Hexenstübchen da kann ich doch meinen Rückruf machen Rückführung und dann kann ich da zu ihr runter hier rein nichts gemacht na gut, du hast mich da hingeschickt, ne? ein Brief für mich ja mit den Befürchtungen da geht's nicht um Chocobus, die ihr verkauft, ne? okay okay falls du was Dringliches zu erledigen hast mach das noch und komm dann wieder zu mir das ist ein guter Call liebe Million das ist ein guter Call weil, äh muss rollen denn dann werde ich jetzt mal kochen das dauert schon so keine Ahnung 20-30 Minuten denke ich muss noch ein bisschen schnibbeln äh ich lass den Stream aber einfach laufen mir und nicht nur Cam aus und dann wir hier mit lecker lecker Food und dann chillen wir mal und gucken uns gleich mal ein bisschen um maybe beim Essen und dann gucken wir uns mal nochmal so eine Übersicht an von allen möglichen Jobs zum Beispiel ähm genau soll ich noch hier so ein Text maybe äh Text be right back mal koch Pause oh dann mach ich schon mal meine Kamera aus hihi und äh dann hören wir uns gleich wieder hin hin outro Change hin 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ... Und mir verlaufen. Sonst werde ich nämlich auch mal rausfinden, wie es ist zu kämpfen mit auf die Fähigkeiten klicken. Wenn ich nur mit der Maus spiele. Hier ist auch wieder das, was ich vorhin meinte. Sound Design vom Laufen vom Boden. Das gefällt mir so gut in diesem Game. Das Sound Design. So von der Umgebung und so. Ausweichen wird schwer. Ich bin ja völlig überlevelt. Also, da mache ich mir keine zu großen Sorgen. In diesem Käse. Oh, so eine Story-Quest. Stümmel von Erschaffung. Stümmel von Verzweiflung. Oh, 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 oh. Bin ich nicht hier reingeraten. Da esse ich mal noch kurz so eine Afrika-Frischkäse-Glocke. Oh, der Kampf los. Ach, wenn ich sie auf meine Gabel bekommen würde. Oh, das war ja eine riesige Frischkäse-Glocke. Oh, oh, oh. Ich bin mir auch voll leid. Normal esse ich nicht on stream. Aber ich habe so mies Hunger. Aber ich habe auch so mies Bock hier weiter zu zocken. ok hier sind unsere troops links rechts bild durcheinander überall verteilt dieser typ war das nicht der der mich am anfang angekackt hat dass ich mich für ihn soll square hat in dem game auf kleinigkeiten geachtet ja also ich habe schon vorhin schon mir aufgefallen dass im regen der boden dann so matschig nass klingt aber sobald man irgendwo geht wo so überdacht ist legt er dann wieder normal dass das bin ich schon wir kommen uns am fußball ja ich habe auf den boss ich bin gerade übrigens doch mit zwei händen wir stehen einfach so da heilen die etwa gerechte die heiler sind ja one shot der post hier natürlich nicht jeder lose ihr werdet ausgerutscht haben die hier flieger der sound vom game hört sich verzerrt an oje ja das passiert manchmal leider ich weiß nicht warum ich mache mir ein bisschen leiser sollte sich es oh Alter was das denn es sollte sich hoffentlich schnell wieder fangen ich habe allgemein ein bisschen probleme habe ich mit final fantasy beim streamen das irgendwas ein bisschen ich muss alle besiegen ok irgendwas ist bei dem game was obi ist nicht so sehr mag und ich habe keine ahnung wann es liegt aber das kann auch mit der einstellung zusammenhängen dass ich nebenbei spotify streamen kann über den zweiten kanal dass das da irgendwie ich mache es einzig추hen über den zweiten kanal dass das nicht so sehr mehr muss manch reinhören kurz ich habe mich selber gehört ja Ohne tiefe, basslastige Stimme heute. Oh, ist das für einer? Mhm. Ich musste auch gestern, ähm... Ich hab extra viele Einstellungen gemacht. Äh... Ich gestern irgendwie, obwohl das Game flüssig läuft, hat OBS gehangen so. Äh, wo krieg ich vom maskierten Magier... Ich dachte, das wäre eine Affenmaske. Was hältst du hiervon? Oha. Drinnende Stimme der Schöpfung. Sende mir empor eine Kreatur? Boah, darf ich noch mal fighten? Jetzt gleich was Großes. Brauche ich noch kurz hier ein bisschen Energy. Oha. Oha. Oh, bitte keine Blende zu weiß zu spielen. Besiege den maskierten Magier. Okay. Dann besiege ich erst den Gargoyle und dann den Magier. Ja. Ja. Was für Gift? Ah, hier. Jetzt gibt's auch die 12. Nice. Und Ida ist auch da zum helfen. Na, Ida. Dann... Ach, ich kann ja auch's dann. Schön. Woher ich meine Kraft beziehe. Aus... Aus der... Äh... Kraft der Liebe. Jawoll. Ekloppen. Zack. Weggepiekst. Crazy. Und ich respawn in dem Fate-Bereich. Nächstes Mal... Nächstes Mal... Wie nächstes Mal... Der Typ stirbt, literally, und sagt so... Nächstes Mal, äh... Wird's nicht so laufen. Nächstes Mal sterbe ich nicht und kann nicht mehr wiederkommen, weil ich tot bin. Na gut, ich mach der Himmelsboden. Hm. Ein Asian Stifter von Chaos und Zerfall. Und hier kommt die Wache. Wie rausgetappt, da geht immer der Sound aus. Der Agitator, der die Iksan aufgegriffen hat. Endlich haben wir ihn. Ja. Habt den Wald gerettet, Leute. Kein... Das... Problem. Hab ich geklärt für euch. Das Belongen können wir ihr endlich ne Hose geben. Ruckzuck. Danke, Levi. Weiß nicht... Weiß nicht, wie er heißt. Levin. Okay, fast. Im Hauptquartier... Bei dem Typen melde ich mich. Nachdem ich jetzt meinen... Wert... äh... Zu... Unterbeweis... Wiesen hab. Verschau gestellt. weitgereiste Fremde... Ja, das bin ich doch auch. Ich bin doch auch, äh... ne... Nomadin von meinem Volk... Auxal... oder so? Bei dir ist das wohl klar. So ist das bei mir klar. Aura! Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. So wie Hurra. Ja. Ja, bis bald. Papa Limo. Papa Pimo. Keine Ahnung. Und Ida. Also schlecht mit Namen. Alle 5 Minuten irgendwelche neuen Namen, die um sich geworfen werden. Oh? Was war das denn? Ich muss nach Neugrider nur in dem sein... Nehut... das heißt... importen. Man gewöhnt sich dran. Ja, das denke ich auch. Wobei ich muss... Ich muss auch sagen, ich bin nicht der Klügste. Was so... Namen und Sachen merken angeht. Äh... Waldläufer gilt er? Oh! Ach, jetzt hätte ich mal diesen... Jetzt hätte ich mal den Ätherit benutzen können. Naja. Laufen ist auch okay. Äh... Irgendwo hier drin. Ich vergesse mich, da hingekommen bin vorhin. Hier hoch! Ah! Ich sehe... ein ins Kommando-Zimmer. Aber... Aber cool, dann ist das hier das Waldläufer-Ding, wo Ullo gestern... immer seine Klassenkreise angenommen hat. Ich habe mich schon gefragt, wo das ist. Ich habe die Bedrohung besiegt, Leute! Für Gridania! Ja! Applaudiert mich! Älteste Satz... Karei... 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 Eure verdienstvollen Taten ehren euch, Kommandant. Eine meint sie, oder? Und du bist jene Tapfere, die ihre Kräfte in den Dienst Gridanias stellt. Hoch erfreut! Was hat der denn für Haare? Bald findet ein Fest statt, das wir die Hohe Bundweil nennen. Er ist ein Ritual, mit dem die Gebiete des Waldes beschwichtigen. Da habe ich schon von gehört, im Hexenhäuschen. Wir drücken auf diese festliche Art unsere Dankbarkeit aus, damit wieder Frieden bekehrt. Warum ist eigentlich in Final Fantasy jede und jeder attraktiv? Gibt es auch hässliche, fielbare Charaktere? Oder muss ich nochmal einen neuen erstellen, um das rauszufinden? Oh, okay. Ja, ich rechne auch mit einer fette Party. Auf Wiedersehen, Frau. Namen habe ich vergessen, Saatseherin. Oh. Ein gridanischer Ring. Direkter Treffer plus 1, Heap Resistenz plus 1. Und ein Level. Was würde er mir denn, welchen würde er mir denn ersitzen bei den Ringen? Okay, keine, weil meine besser sind. Keine Charaktere bekannt, die hässlich sind. Ja, ne? So ein bisschen, so Gesichtseinstellung, ja. Was nicht so, es gibt irgendwie nur so cute und schön und anmutig und edel, aber es gibt nicht so, da kann ich mich halt mit nichts identifizieren. Ich brauche so, ja, hm, gegen die Wand gelaufen. Nein, nein, nein. War's. Aber ich finde es auch immer interessant, äh, wenn man so eine größere Breite abdeckt. Ähm. Materia in diesem Helm. Ah, na. Materia, da kann ich irgendwas reinsockeln oder so? Na gut. Komm ich bestimmt noch hin. Maske? Ja, mir ist sicher, dass ich mich vorbereite für die Festivität. Darauf können sie sich verlassen. Wenn es eine Party gibt, immer vorbereitet. Immer ready, ready to party. Äh, single, ready to mingle. Hm. Was gibt's noch für Sprüche? Hm. Wir also zum Hexenhäuschen. Und die Million sagt mir dann... Was ich machen muss für dieses Fest. Hoffentlich, äh... Was kann man so machen? Vorbereitung für ein Fest. Vorglüh'n. Hm. Nices Outfit raussuchen. So wie die Spieler hier trägt. Zicke Sensor am Start. Aha. Geiler Backenbart. Find ich cool. Erstmal richtig einbechern. Geil. Das ist, äh, ne Aufgabe für mich. Heute vielleicht nicht. Ich spiel die Hauptrolle. Doch. Doch, doch. Meine unbefangene Ausstädte. Ach stimmt, ich hab hier in die Zimmerer-Gelde. Moment, apropos Zimmer. Ja. Ich hab doch jetzt hier so ein Zimmer, ne. Was passiert? Was kann ich denn da machen? Geh mal in ein Gästezimmer. Das wollte ich nämlich nochmal gucken, was da passiert. Aha. Gimmerklingel. Kosmetikerklingel. Aha. Da kann man dann also so ein bisschen Aussehen ändern bei Gehilfe. Muss ich aber freischalten. Arnel in Gridania. Weil ich die Erlaubnis hab. Die hab ich ja noch nicht. Projektionskommode. Kostbarkeiten. Okay, das ist so eine Art Bank. Eisetank. Oh. Hauptszenario Endwalker. Verschiedenen. Oh, damn. Aha, die Gildenaufträge der ganzen. Okay. Aha. Gut, ich geh mal ins Bett, ne. Traumgaraderobe. Online-Store-Kleideranprobe. Moment, das muss ich mir mal kurz angucken. Es ist sehr wichtig, dass ich besonders süß bin. Dicke Katze, Kostüm-Set. Aha. Einfach normales Outfit, würde ich sagen. Um Gottes Willen, was es da alles gibt. So ein K-Pop-Outfit. Cool-Uniform, also. Okay, Final Fantasy. Süß oder edgy. Hm. Ah. Kommt drauf an. Vielleicht auch hier so elegant. Förmlich. Dämonisches Kostüm-Set. Damn, das ist ja übel. Das ist ja übel. Second Life. Oh, das ist nice. Damn. Das ist ein nice Outfit. Geile Jacke. Holy shit. Mit einem Tier. Hoffentlich kein Echtpelz. Final Fantasy. Affen. Es ist ja ultra krass, wie viel es hier gibt. Gute Kappe. Ey, das ist ja insane. Wie viel es hier gibt. Und das kann ich dann kaufen für echtes Geld. Eieiei. Was fand ich gerade so cool? Das Neza? Neza-Damen-Set. Ja. Das ist... Alleine wegen der Jacket. Okay. Traumgorderobe schließen. Jetzt wieder... Ernst des Spieles. Ja, was essen wir denn? Hier ist jetzt bestimmt schon kalt geworden. Vor mich hin laber. Hm. Einen BDSM-Anzug gibt im Shop. Hm. Da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt was ähnliches. Ja, okay. Also... Hm. Ich habe schon das... Outfit von 2B gesehen. Ja, aus Nier Automata. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, zur Zimmerer-Gelder. Das ist auch schon sehr... Knapp. Sag ich mal. Hm. Ein Lederanzug. Aber für das mehr edgy. Ich weiß nicht. Ich finde immer... Also es darf schon... Moment, hier komme ich nicht rein. Es darf schon cool aussehen, aber ich finde, es muss auch angemessen sein, zu wie stark ich im Spiel bin. Das heißt so, wenn ich jetzt hier so level und so, dann darf ich gerne noch ein bisschen zusammengewürfeltes Outfit haben. Irgendwie nicht so eine krasse dicke Waffe und so. Schauen wir mal hier beim Gildenmeister. Die geheimnisvolle Unbekannte. Wir haben hier eine besondere Abenteuerin, die bei der Hohen Bootweide die Brücke sein soll angekündigt. Okay, und jetzt muss ich einfach wieder zurück zu den Minionen. Der Lederanzug. Nun zeige ich mal das Holzkistchen. Hm, hm, hm. Symbol neben dem Namen. Komisch. Hier unten. Hier ist das Holzkistchen von der Zimmerer-Gilde. Die verschlossene Schatulle. Inhalt ist ein Geheimnis. Habe ich da gerade etwa für die dicke Party etwas geschmuggelt? Weiß man ja nicht. Ja, die Maske. Hm. Die muss ich dann wahrscheinlich tragen auf dem Fest? Maybe? Ja. Ich stelle mich auf meine Rolle ein bei dem großen Fest. Mhm. Ich stehe nur mit der Maske da und versuche, würdevoll zu wirken. Ja. Also lege ich diese Maske jetzt mal an. Äh, was war es? Steuerung I. Die Maske lege ich an. Mach sogar, lass es sogar einblenden. Ja, die ist jetzt nicht so schön, die Maske. Weiß ich auch nicht, wie ich dadurch, äh, trinken soll. Ja, nachher. Alt. Bidania. Bui, bui, bui. Ich habe so viel Paprika übrig gelassen. Hm. Für Paprika. Ich glaube, ich pflanze Paprika. Oh, ich glaube, ich pflanze Paprika mal an. Ich habe nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Ach, hier. Hm. Äh, cooles, äh, kleines Tischchen. Äh, cooles, äh, kleines Tischchen. Aha, es ist ein MMO. Hier ist der, hier ist der Beweis. Drivegold.com. Cheapest Gill with 100% Security. 10 Minutes Delivery. Hier wird also Gold auch verkauft. Die Seite funktioniert bestimmt nicht und ich habe nicht gerade versehentlich Werbung dafür gemacht. Nee, nee. Ich finde es nur immer interessant. Daran sieht man ja auch ein bisschen so. Ob was los ist auf Servern und so. Apropos MMO-Krankheit und, äh, hältst du dich in Grenzen und Server. Ich habe gestern, gestern kam im, im General-Chat, im Allgemein-Chat, was auch immer für ein Chat, kam immer Werbung für Nachtclubs in Final Fantasy. Mit Twitch-Link, wo dann irgendwelche DJs auflegen. Ja, auch mache ich. Ich glaube, ich habe gerade keine von den DJ-Cams an. Ähm. Aber das fand ich irgendwie cool. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich denn, wie kommt man denn da hin? Und da stehen dann immer so Begriffe. Und ich habe ja hier nur diese Stammbelt, auf der ich bin. Kann ich in eine andere Welt gehen? Oder kann ich Leute von anderen Welten besuchen mit meinem Charakter? Ich habe keine Ahnung, wie das Serversystem hier ist. Ja, ich bin außerdem die Abenteurerin mit der Maske. Alles ist bereit. Ich kann in eine andere Welt gehen. Ah, okay. Gut, mache ich jetzt eh lange noch nicht, weil dann kriege ich ja diesen Routine-Bonus nicht. Oh, ich habe ja noch eine... Oh! Ich habe noch eine gefüllte Paprika-Glocke. Achso. Mögen die Gebiete des Waldes unserer Heldin segnen. Ja, danke. Mhm. Was ist das für ein Glanz? Kann ich dir das nicht später zeigen? Achso, ich habe da so einen Stein dabei. Ist doch nicht ein Lichtkristall? Hast du etwa vom Urkristall gelandet? Es ist ein Gefühl wie ein Ätherrausch, aber erhaben und kristallklar. Hast du das gespürt? Ach, das war das, wo ich immer diesen Trip hatte im Licht. Und die Stimme gesagt hat, spüren sie es auch, Mr. Krabs? Du bist direkt... Vor einiger Zeit gab es in Eosea Helden, die gegen die Primae kämpften, gegen die Gottheiten der wilden Stämme. Aha, tell me more. Kann eh Senna. Als die staatlichen Gesellschaften gegründet wurden, füllten sie ihre Reihen und bekriegten das Galleische Reich. Um ihre Heimat zu retten, kämpften sie auf Seiten der Eoseischen Allianz in der Schlacht von Cardenow. Fünf Jahre ist das her. Auf der Seite der Eoseischen Allianz in der Schlacht von Cardenow. Doch danach fehlte von ihnen jede Spur. Ich habe schon wieder alles vergessen. Wer verschont blieb, erinnert sich ihrer Gefasstheit in jener Stunde. Wie abgeklärt sie ins Unvermeidliche schritten. Für Eosea waren sie bereit, ihr Leben zu geben. Doch wollen wir uns ihren Namen ins Gedächtnis rufen, erschrecken wir, wie verschwommen die Erinnerung ist. Wie die Schrift eines vergebten Folianten. Das hat doch schon mal wer erklärt in dem Game. Am Anfang dem Juni. Dass man sich nicht an die erinnern kann, irgendwie. Diese Helden des Lichts oder Lichtkrieger oder so. Ah ja. Habt ihr was gemerkt? Bin ich ein Krieger des Lichts und weiß es nicht? Habe ich mein Gedächtnis verloren? Bestimmt. Oder ich werde einer. Oder eine. Hm. Keine gewöhnliche Heimatlose. Die Kraft des Lichts. Migräne ist meine Kraft. Oh, ich find mich witzig. Ich fand mein... Äh, ich fand mich witzig. Ich bin runtergefahren in den Tisch. Was ist das denn für ein Todesstern? Was ist das denn? Huiuiui. Nach vorne. Nach vorne. Ich, worüber reden die alle? Was ist da, Lamut? Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Dieses Intro-Video kam nicht bei mir, wo diese Katastrophe gezeigt wurde. Ich habe keine Ahnung von gar nichts in Final Fantasy. Ich habe noch nie irgendwas gespielt. Nee, vielleicht erklär es mal noch nicht. Vielleicht finde ich es noch ein bisschen raus. Oder mach mir meine eigene. Ich bin jetzt zumindest so nicht mehr visuell überfordert in einem Game. Bald kommt dann, dass ich ungefähr raffe, was sonst so geschieht. Kommt alles nach und nach. Hat übrigens eine komische Kronenstimme. Die Merlwip. Ja, nee, keine Spoiler. Das auch, bitte. Also Backseat-Gaming geht voll klar, aber please nix großes Spoiler. Ein blaues Lüftchen. So dramatisch. Deine Figur, ein Mensch. Der maskierte Magier. Oh, die sind tot. Oh je. Verflucht! Trauer! Bitte antworten! Hier ist Checking-Water aufreguliert worden. Kommunizieren die mit Magie? Oder haben die einfach Funkgeräte? Ah ja, ich glaube, es ist Magie. Verdammt, was ist los? Was passiert da? Was ist das? Ich bin nicht weg von dir, aber es gibt keinen Ausweg. Uch, verdammt. Chloe, ich war... Chloe, ich war brennt! Jackis, melde dich! Jackis! Okay, bei dieser Funkspruchstimme ziehe ich meine Meinung über Sounddesign vielleicht zurück. General Orban, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Er hat sich ein wenig in der Toilette aufgenommen. Aber ich weiß ja nicht, wo er ist. Also vielleicht sei er in einem kleinen metallenen Raum oder so. Jackis! Okay, er stirbt. Ich mach keine Witze mehr. Er ist gestorben, weil alles brennt. Tut mir leid. Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Oh, das weiß ich nicht. Auch kein Kontakt zu den Maracudas? Ding, ding, ding. Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Was ist mit unseren Kämpfern? Auch alle tot? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Dunkle Präsenz ist es ja, ist es die Gestalt da drüben, die da auf dem Berg war. Admiral, General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zurückzugeben. Oh. Oh. General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Sieht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisoire bleiben soll, dann wir. Das bin doch... Das sieht ein bisschen aus wie ich. Zumindest dieselben dicken Backen. Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht. Funker. Die Legion zieht sich zurück. Die Legion zieht sich jetzt zurück. Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist. Denn schon los, verdammt nochmal. Oh. Das ist kein Gefecht gegen die Gallia mehr. Sondern? Das ist ein Messerkracht von unbeschrecklichen Ausmaßen. Dalamod ist unser Ende. What the fuck? Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisoirs Seite ein. Was geht denn ab hier? Was geht denn ab hier? Mit der Maske, die aussieht wie eine Affenmaske. Aber gar keine Affenmaske ist eigentlich. Die wahre Gestalt dieser Welt. Oha. Moment. Ich bin auf diesem Fest umgekippt, ja. Danke, Mion. Siehst schon aus wie so ein Mom-Character. Hast mich nach Hause gebracht. Sehr lieb von dir. Hoffe es kostet nicht extra. Friege noch hat mir den Rest gegeben. Ne, ich hatte eine Vision der Vergangenheit. Am Wasserrosentisch. Zur Saatseherin kann E. Senna. Ich möchte mich mal kurz, mal kurz husten. Ach. So. Ein bisschen verschleimt noch von gestern. Von Ausgang anklicken. Alt, Moment. Was ist das? Hier kann ich Musik hören. Ich habe keine Titel erhalten bisher. Schade. So. War das jetzt eine Vision der... Das macht halt Musik, ne? War das jetzt eine Vision der... Vergangenheit? Oder der Zukunft? Wo bin ich? Ich finde mich immer nicht auf Karten. Ein Dungeon ist Notenrollen. Und es gibt andere Wege. Das... Oh, okay. Nach Alt-Gridania möchte ich... Da ist sie dann. Ich lese nebenbei gerade diese... Es ist wieder Abend. Und jetzt kommt wieder die Werbung im Chat. The Moulin Rouge. Raiden Glovebats. Now open. The sexy, elegant and glamour outfits are regressed for this evening. Also das ist... Ja, ein bisschen... Eine Schlacht, die einst war. Ja. Habe ich... Habe ich das gehört? Achso. Ja, das hat sie vorher gesagt. Aber... Oh Gott. Huch, ich war stuck. Äh. Das hat sie vorher gesagt. Aber man muss auch dazu sagen... Es kann ja auch wieder so eine Schlacht kommen. Fühlt sich nämlich so an. Wie ich gerade diesen schwarzen Magier... Äh... Ausgemagiert habe. Ah gut. Mit dem Sepia-Filter und so. Hm. So, ich will kurz... 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 Kurz was hören. Mal wieder hören, wie die Schritte sind. Aha, dann gehen wir auf die Steine. Nee, Holz ist es. Ja, Holz. Bin ich noch nicht so zufrieden mit. Ah, der ist gut. Warum ist mir das so wichtig? Ich weiß es nicht. Ich habe den kaum erwartet. Das ist noch ein Anliegen für mich. Dün, 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 dün. Und wenn es meinem Beruf gefolgt ist. Das sind die kleinen Dinge, die auffallen. Ja. Ich... Ich weiß nicht, warum ich das so... Ich finde... Laufgeräusche sind so unfassbar wichtig in Spielen. Wenn es nicht passt. Dann finde ich das Spiel sofort schlechter. Oh, ein vertrauliches Schreiben. Ich habe ja immer noch die Maske auf. Ups. Kann ich auch wieder mein normales Gear anziehen. Ups. Fünf Jahre sind vergangen. Ja, nach der Katastrophe. Nach dieser Schlacht. Aber es wurde ja gesaved. Von den Krieg eines Lichts. Das ist dann diese Katastrophe. War das dann das Ende von Final Fantasy 13? Oder so? Die Daniel dürfen den Tag erleben. Ich möchte die anderen Stadtstaaten auffordern, uns uns gleich zu tun. Um kurz zu schreiben, um Riesen, wie wir die Zeremonie abzuhalten, gedenken. Ich soll das Dokumente überbringen. Das ist... Handy. Ich mache schon noch meine Duolingo. Was? Ja, wo jetzt habe ich den Faden verloren? Ich bin eine Abenteurerin. Richtig. Ich bin die beste Pekingierin. Die, äh... Gridania je gesehen hat. Eine sehr mutige junge Frau. Also... Hey, wake up. Hallo? Hi. Äh... Ich wollte nur kurz... Ich habe gerade in deinen Stream geschaut. Ja? Ähm... Ich bin... Vielleicht drei, vier Quests weiter oder so. Ich dachte schon, du bist hinterher. Ne, ich habe heute früh... Ah, okay. ...veranstaltungsgezockt. Okay. Und ich habe ausgefunden... Du drückst mal Leertaste, wenn du in so einem... Moment, ich muss hier kurz lesen, was mir die oberste Satzerin Kani Senna sagen hat. Okay, sie sagt mir nur, wie ich fliege. Ein Luftschiff. Ein großes Potenzial in mir. Okay. Ich meine, wenn du in so einem Dialog bist, drück mal Leertaste, dann kannst du irgendwie... ...automatisches weiter... Ah. Und dann kannst du die... ...Geschwindigkeit einstellen, mit der er das dann umschaltet aufs nächste. Aha, okay. Ja, ganz praktisch. Das habe ich heute rausgefunden. Okay, okay, okay. Das ist aber nicht für... Nicht für meinen Streamplay. Okay. Aber sonst... Warst du schon in so einem Dungeon? Ja. Ich habe einmal dieses... ...Q-Tool ausprobiert. Das habe ich auch und dann habe ich niemanden gefunden. Aber da habe ich nie was gefunden. Lieber... Es gibt ja diese Dungeons hier, dieses Tantara zum Beispiel, Tantara-Kerker und so. Wann kann man denn da rein? Ich war mal bei einem und da musste man irgendeine Quest noch frei... ...wenn man die eine Quest gemacht hat, dann konnte man rein. Keine Ahnung. Ob wir die Gildengeheiße gesucht haben? Ja, das habe ich vorhin gesucht, den Gildengeheiß. Aber irgendwie habe ich da nichts gefunden. Okay, passiert gleich bald bei mir. Okay. Nur kurz davor. Ah ja, wir finden nichts als Damage-Dillard. Oh, okay, krass. Das ist die Info, die ich gebraucht habe. Also, vor Final Fantasy XIV kam ja schon mal raus. Und war übel schlecht. Und so hatte ich es auch bis vor kurzem noch im Kopf. Und die Version wurde eingestampft und die Spieler wurden eingeladen, alles kaputt zu machen. Und dieses Ereignis, als dieses schlechte Spiel, alles von den Spielern kaputt gemacht wurde, ist die Basis für die Lore von dem Spiel, was wir jetzt spielen. Das ist ja, äh, funny. Ich melde mich hier mal an. Während ich losgehe. Hey, aber krass, dass du gespielt hast heute früh. Ja, ähm. Also, ich bin in, mit dem Zeppelin einmal in die andere... Ah ja, das muss ich jetzt auch gleich. Ich bin wohin geflogen oder muss ich noch weiter fliegen? Was Sinn macht, dass du zwei zu spielst? Ich glaube nicht. Was ich bis jetzt gemerkt habe. Gildengeheiß sein Content, den keiner spielt. Aber ich muss das Gildengeheiß machen, um, äh, God Dungeons frei zu schalten? Bär blöd. Ich habe übrigens Schwachsinn gesagt, nicht die Spieler haben, äh, Sachen kaputt gemacht, sondern dieser... ...Meteor. Die Spieler haben sich das angeguckt. Äh. Liegt denn der Zeppelin? Achso, ich muss zu... Ah, und ich habe heute gelernt, man muss gar nicht Level 30 sein, für manche Klassen, Olo. Okay. Ähm. So. Ich habe auch gemerkt, man kann einfach in irgendeiner Stadt dann hingehen zu der Gilde. Genau, dann kannst du sofort changen. Also, wenn du nicht mehr Waldläufern, Rangern, Baden oder was auch immer. Ich will nicht Waldläufer sein. Ich, ich bin echt so unentschlossen, ob ich auf irgendwas Tankiges wechsel, aber ich finde Pekingier schon ganz nice. Ja, ich finde Tank auch, ne? Also, ich würde auch was Tankiges spielen. Okay, ja, dann bleib ich gern. Aber heiler will ich auf keinen Fall spielen. Ah, ich weiß nicht, das ist schon irgendwie... Ui, was ist das hier für ein White Angel Outfit? Crazy. Ist schon irgendwie ein interessantes Konzept, so mit Schaden weaven und so. Ja, später können wir alles spielen, ja. Das ist ein Weißmagier. Ich dachte, das wäre so ein Shop-Outfit. Ja, ich habe sie hier getroffen. Ich kann eh Senna, Sanne-Kenner. Kann, Führer der Allianz. Kann eh Senna. Weiß ich doch. Ist Magier. Oh, ich habe immer noch die Maske auf. Immer die Job-Quests machen? Ja, die mache ich immer. Ja, habe ich bisher alle gemacht. Katastrophe viel zerstört. Manche Ballen bauen alles neu auf. Das ist schön, ja. Nicht verzagen. Aka Arata fragen. Ich habe die Spieler, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht morgen noch mal. Aber man kann ja eh nicht so zusammen questen, ist mir irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, also wir brauchen eh immer Hilfe, wenn wir auch in die Gruppe wollen. Ich bin schon froh. Alter, ich habe ein Gildengeheiß gefunden. Teilnehmen. Ich mache jetzt einen Dungeon. Oder was auch immer das ist. Limitrausch, oh Gott. Hi. Wie schreibe ich es denn im Gruppenchat? Oh Gott, ich bin so überfordert. Ich schreibe einfach mal, hi. Oh, ich habe es im Sagen geschrieben. Hilfe, ich bin überfordert, ich sehe nichts. Flimitrausch, ein mächtiges Kommando. Anschlüsse übertrieben. Alter, was machen die hier für crazy Fähigkeiten? Schlage die kleinen Biesel, bevor sie euch üben. Und ich weiß nicht, welche Fähigkeiten von der schwarze Kreis von meinem Team-Mate. Dann wird man runter, ich wurde runtergescaled, okay. Alt-G. Oder hier in den Gruppenchat, okay. Ein dicker Bonus obendrauf. Oh, Bridge. 1000, Alter, für die, für den normalen gab es 50 Gild, für den Bonus 1K. Für diese Einführungsmission. Okay, und jetzt habe ich hier mehrere freigeschaltet. Ah ja, kann ich andere machen, okay. Crazy. Als Inhalter. Ja. Die Vergütung. Hey, wertvoller MVP. Oh, das habe ich nicht gemacht. Warenzonen. Die Details rechts sind aber einfach töten gestanden. Mit wem muss ich denn jetzt toten? Das war ja nicht so schwierig. Das war echt einfach so. Ich habe ja völlig, also ich will jetzt mal raffen, was ich überhaupt mache. Gut, aber es war auch das für Level 10, das allererste. Ich nehme jetzt das Luftschiff hier. Ah, das kann man alles verschieben. Ja, ich bin dann, ähm, aber mal wieder weg. Ja. Vielleicht können wir morgen Abend oder so in den Dungeon gehen oder so. Ja, ich versuche morgen auf jeden Fall mal, ach ich sage nicht vormittags, ich sage mittags in die Uni zu gehen und dann ab erster Abends zu zocken. Ja, ich bin doch erst mal zurückgelegt da. Okay. Ähm, bis morgen dann. Bis morgen. So. User disconnected from your channel. Sound might be muted. Dann sind wir wieder unter uns. Und ich gehe mal hier an Bord. In Gredania. Gibt es nichts mehr für uns zu tun. Hey. Wir haben den Wald gerettet. Wir fliegen jetzt nach Limsa-Lominda. Ich habe immer noch die Maske auf. Ich vergesse jedes Mal, gucke ich... Kann ja nicht sein. Ich muss mal nach einer Katze dran denken, dass ich diese Maske aufhabe. Wenn wir jetzt ankommen, das erste, das aller aller erste, was ich mache, ist diese Maske ausziehen. Tschüss, äh... Saat Senna. Tschüss, Mion. Bis bald. Kappa Kupo. Wen kenne ich noch? Kommandant mit dem großen Bogen. Äh... Wessen Namen habe ich mir noch gemerkt? Diese Person habe ich noch nie gesehen. Die Linke. Aber ich kann ja wieder zurück. Zum Beispiel, wenn ich... Zum Beispiel, wenn ich, äh... Einen neuen Job lernen möchte, den ich nur da lernen kann. Wie zum Beispiel diesen Waldläufer. Oh! Habe ich gerade Star Wars gestartet? Schmachvolle 15 Jahre. Boah, what the fuck? Ein Schlag und der Silbertränensee wäre unser gewesen. Und Eosea unter gar nicht der Herrscher feint. Wie konnte unsere Armada vor einer Schar Drachen in die Knie gehen? Oh! Hätten wir mit Gastsommer besiegt, ihren König, diese Ausgeburt der Hölle. Aber als er mit der Adria zusammenprallte, risten sie einander in den Tod. Das Ende eines Chlorals. Zur Hölle gucke ich mir da gerade an. Ich sagte kurz, mein Luftschiff hat sich verwandelt und ich lande auf dem Mond. Eosea, besessen von Götzen und von blinden Kräften entstellt. Das ist ja übel, der Warhammer-Shit auf einmal. Holy... Damn! Zwei Mal hast du dich unserer Herrschaft widersetzt. Kaum setzten wir unsere Angriffe für einen Augenblick aus, erheben sich auch schon die unfähigsten Wirkköpfe an die Macht. Bibi! Mag das Projekt Meteor in der siebten Katastrophe geendet haben, an unseren Plänen ändert das nicht das Geringste. Oh, okay. Lügen, Unwissen, Regellosigkeit. Diese Welt ist verdorben über alle Maßen. Entschuldigung. Eosea muss gerettet werden. Wir führen diese blinden Völker in die Zukunft. Zu einer neuen Ordnung. Was? Geht ab. So wie es euer Wille ist. Was ist das für ein Helm? Ich komme aus dem fucking Fantasy-Wald mit irgendwelchen fliegenden Katzen dahin? Das ist das einzige, was ich nicht verstehe. Wir haben solche crazy Technologie und so Planeten und so. Aber Pfeil und Bogen. Hat er nie mehr so eine lasere Waffe oder einen Spießpulver oder so? Hast du doch vorhin gehört, Idiot. Es ist ein großer, komplexer Plan. Den verstehst du sowieso nicht. Die Erklärung kommt später. Okay. Ich meine, Katino ist fünf Jahre her. Und was hat Gaius seither unternommen? Und Aliens. Nichts. Wir stehen hier rum und warten. Hast du irgendwelche Einwände gegen Legatus-Gaius-Pläne? Stimmt, den Maschinisten kann man spielen. Den habe ich tatsächlich auch schon im Blick gehabt. Unter anderem. Tribunus in Nero. Sag mir, Techniker. Woher kommst du? Oh, gute Synchronstimme. Und hier so ein Gunblade hinten dran, ne? What name? Hummingway? Oh, okay. Wärst du so nett, das wegzumachen, Techniker? Jawohl. Jawohl. Äh, der gut, dass er jetzt gleich mal als böser Mensch etabliert wurde. Oder was auch immer. Der Wolverklinge. Gunblade. Langsam wird mir klar, ich habe einen Kumpel, der... sehr, sehr, sehr viel Final Fantasy gespielt hat. Also so, nicht das 14er, sondern alle anderen. Und, äh... In anderen Spielen, die Klassen... vergleicht er immer mit irgendwelchen Klassen aus Final Fantasy, die ich nicht kenne. So, ah, ist das so wie die Dark Knight? Oder die Gunblade? Ich so, ja, keine Ahnung. So, ich bin in... Lim... Limsa... Stopp. Ich ziehe meinen coolen Helm wieder an. Danke, ja. So, mit diesem Helm sehe ich nämlich auch aus, als wäre ich so ein Vorarbeiter auf dem Bau. Jo, Freunde. Wie kann man denn hier... Wie kann man denn RP walken? Ah ja, okay. So, guten Tag. Ich sage mal hier mal die Kontrolle, ob hier auch alles mit rechten Dingen zugeht an diesem Horfen. Äh. Warte. Anmelden irgendwo? Ich hoffe, der... Der andere Seite mit... Ach, da. Oh je. Hat schon gewundert. Hallo, ich bin die Gesandte aus Grydania. Admiral Merz... Ja. Guter Name. Merk ich mir. Ja. Hallo, ich bin die Gebotin. Auf zur Admiral Merle. Ja, ich bin... Mit dem Cranelift. Nice. Wo ich das mache, mache ich aber auch noch eine kurze... Äh... Zigarettenpause. Oh, ups. Ich weiß ja nicht, dass es Video-Overlay gestartet hat. Dabei wollte ich... Das hier machen. Äh... Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Hmm. Ja. Vielen Dank. 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 Ja, ich sag ja, äh, Ups, Sweater-Weather. Oh, es ist kalt aus. Eieieie. Ah, da muss ich mich ja vielleicht sogar schon in zwei Decken einwickeln, wenn ich schlafe heute Nacht. So, ich guck mal mit dem Aufzug, wie geht das mit dem Aufzugstypen sprechen, in der Bollwerkhalle. Oh, ich wurde gerade, oh, ich wurde gerade sanft gestreichelt. Von wem? Von wem? Von wem? Oh, ich bin ich ja, ich bin, ich bin, ich bin, da ist das mit dem Aufzug, wie geht das mit dem Aufzug, wie geht das mit dem Aufzug? Weiß ja nicht. Ich wollte gerade sagen, weiß ja nicht, was ich schon geleistet habe. Ja, ich habe den maskierten Magier entlarvt. Er hat eigentlich nur umgebracht. Und dann die Maske nicht abgenommen von ihm. Lufis Wyn. Und worum geht es also? Ich benutze die kleinen auch nie. Ja. Die kleinen Crystals. Ätheriten. In Lauf ein bisschen die Welt in sich aufsaugen. Das finde ich schon okay. Huch. Ich dachte jetzt ist... Okay, Synchronisation ist vorbei. Es ist... Oh, ich fröst jetzt immer noch. Es ist fünf Jahre her. Die Zeit vergeht. Alles begann, als die Galeare auf die Idee verfiel. Die ganze Welt müsse sich der Herrschaft beugen. Drei Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften. Vorführer schmiedern die erzoische Allianz. Mit Projekt Meteor hatten wir nicht gerechnet. Mit den Irren. Wer aussehen könnte auf seine so absurde Idee verfallen. Einen Mond zu schleudern, um die Welt zu reinigen. Ja, das ist... Eine... Eine drastische Maßnahme. Das ist wirklich sehr drastisch. Und die legendäre Schlacht von Cate No. Haben wir ja... Gesehen. Naja, hoffentlich werde ich nicht krank. Aus Dalamut brach primär Bahamut hervor wie der schwarze Tor. Gibt eine Legion, da ging es nicht besser. Beide Armeen furchtbare Verluste. Das hört sich nicht so cool an. Ich weiß nicht, mit welchen Zaubern es zuging. Einige von uns überlebten. Zum Beispiel... Frau Merlwip. Merlwip. Bülfis. Huf. Füßli. Flü. Nachnamen schon wieder vergessen. Wache verschwunden. Das schwelende Land war entstellt vom Inferno. Wenn Lussoir, der Anführer der Exegeten, überlebt hätte, wüssten wir, was wirklich passierte. Aber er hat nicht überlebt. Das Land hat geritten... Äh, gelitten. Gelitten. Mhm. Gelitten hat es. Alles neu aufbauen. Nun auch noch die wilden Stämme werden übermütig. Ja, um die Stämme kann ich mich kümmern. Oder ist es schon beseitigt? Was möglich und unmöglich ist, liegt bei uns. In Kann-E-Sanna die folgende Botschaft. Limsa-Lominsa wird eine solche Feier abhalten, bei der du auch eine Funktion übernehmen wirst. Damn! Ich bin hier übel die Party-Promoterin, oder? Reist durchs ganze Land und es gibt Party. Und jetzt muss ich wieder zurück mit meinem Luftschiff. Mit der Botschaft. Salutiert man hier so? Ah, okay. Einen persönlichen Voten. Und ich kann hier chillen. Nichts mit den verschiedenen Stämme gemacht. Ja, ja, vorher den Ätheriten. Ja, ja, da denke ich dran. Ätheriten, das habe ich mir... ...ein gespeichert im Kopf. Ich stelle Raubahn, meine besten Grüße. Sag ihm, dass sich vor kurzem ein struppiger Wolf in die Gegend verirrt hat. Und ich gerne wüsste, was Raubahn an meiner Stelle gegen das Geholen ist. Ja, ich habe mir das mit dem Wortlaut perfekt gemerkt. Keine Sorge. Oh, der sah ja cool aus. Warum ist er wieder weg? Mit der grünen Elvis Tolle. Den hätte ich gerne kurz angeguckt. Und im weißen Anzug. Okay. Punkt 1. Den Ätheriten holen. Oha. Ja, der ist groß, ne? Oha, was ist das hier für ein Gebiet? Eine Küste. Oha. Oh, hier ist ja auch was los. Harmonisieren. Ich habe mich mit dem harmonisiert. Aber ist das jetzt mein Freundschafts-und-Frage-Kümmel? Nehme ich gleich an. Willkommen in Limsa. Sehen und gesehen werden. Ist das jetzt schon mein Heimat-Ding? Wenn ich Rückruf mache, komme ich dann dahin zurück. Ne, jetzt nehme ich noch nicht meinen Heimatpunkt. Ah, da muss ich noch mal klicken. Okay. Das mache ich mal. Okay. So, wie öffne ich Soziales? Was ist da der Shortcut? Ah, es ist O. Ah, da ist Level 90. Crazy. Kann ich das annehmen? Antwort. Nehmen. Ah, das ist ja crazy. Kann ich ja selber alles nicht, ähm, machen mit meinem Test-Account. Guck mal, die haben alle auch dieses Sprout-Ding, aber die sehen schon übel krass aus. Hier sind so ein Black-Leder-Outfit. Hier in I don't know. Irgendwer spielt ein Music. Ich bin also absolut verrückt. Die Sprout-Blume verschwindet erst nach 300 Stunden. Ich kann doch. Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Viel an. Das lenkt mich ganz schön ab. Äh, so. Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Oh, ich bin angerordnet. Am Luftschiff-Landeplatz. Moment, da muss ich doch einfach wieder zurück, oder? Zu den oberen Decks. kann ich auch hier kann ich hier kann ich auch zu den oberen decks dann gehe ich mal hier hin und hier ist so ein kleiner wenn ich schon ein seh dann benutze ich den auch gourmet gilde restaurant bismarck und gerade sagen hier ist ein kleines café hilde der marodeure wo muss ich hin hier platner malstrom flottenkommando ich muss tatsächlich wieder auf hast ne brille ich verlaufe mich jetzt einfach mal ein bisschen luftschiff ich darf mal hier in dieses mitten ding ja das da sieht aus als wäre da ein luftschiff deck hier oder so jeder einfach mal rein den tank empfehlen darf dann kriege also marodeur ich glaube ich bleibe aber erstmal erstmal bleibe ich beim picken hier ich finde es eigentlich ganz okay so gerade mit kombo und so später auch noch wechseln luftschiff landeplatz luftschiff landeplatz fahr ich mal hin ja der marodeure ich habe mir ich habe mir gestern habe ich mir noch mit ullo der vorhin kurz da war wie man da kurz gehört hat und mit so ein video angeschaut über alle jobs weil das gameplay vom aussehen her auch ja wie eine wichtige sache ist und so ich muss mit dem hier reden und während ich nach Ulda fliege wie die skills aussehen und so und ob das übel stressig aussieht oder nicht und die krank self ist der krieger nicht vielleicht es ist wie gesagt sie sind das heiler konzept für den feine schände sie finde ich interessant aber ich weiß nicht ob ich dafür nicht zu Ich gehe ganz gerne auch mal ein bisschen auf autopilot in den tunnel rein was kann sein ich habe denn die befürchtung dass ich beim heiler bei heiler klassen auch leicht überfordert wäre weil ich nicht nur heile sondern eben auch das damage zwischendrin mache und gerade denke ich mir so ich habe einfach nur bock so ist vielleicht ja auch so nicht schlecht so für den anfang dass ich schaden mache und mich da voll drauf konzentriere und andere deswegen nicht so krass abhängig sind von mir wie wie jetzt wenn ich tanke oder heile heilen ist entspannter als damage die wir in den höheren Dungeons ja vor allem als melee muss man ja immer sehr viel ausweichen so lass mich bitte raus hier in Ulda was klimpert denn hier so warte später sind die boss mechaniken nicht zu verachten ja ja das meine ich ja als melee ist das kann ich mir vorstellen dass das krass ist auf was man da alles gucken muss darauf habe ich halt bock aber nicht auf wenn ich jetzt zum beispiel healer bin und schlecht bin dann sterben ja alle aber wenn ich einen fehler mache dann sterbe nur ich als damage healer denke ich kann ja auch sein dass dann auch alle sterben aber dann ist es ja egal was ich spiele ja mit dem lift zur ebene der redner begeben würde dort ist bartholomew belässt mich zum general ok eben der redner ich habe schon wieder vergessen ich fahre einfach mal zu ebene der redner naja sieht doch gut aus hier muss ich mir bestimmt auch noch einen großen iteriten holen und ich hole mir erstmal den kleinen hier wenn ich falsch stehe kann ich weitere mit den todreißen ok ja gut das risiko nehme ich aber größeren inhalt ist mir nicht alleine als hier es gibt die idees die resten können erst bei schwereren inhalten wird es fordern ja aber ich habe bock auf fordern also ich so dieses questen und so diese questen und so ist mir fast schon zu leicht ich will schon mich konzentrieren müssen und dann klar am anfang easy und man muss in die klasse kommen aber später will ich dann schon zeigen müssen dass ich verstehe was meine klasse macht Botschaft aus gredania ja hier ist der brief Bartholomeos ja das ist der haben alle aus dieser cutscene überlebt oh du musst eine fähige frau sein die seherin ja ja im sultanat anführer der legion der unsterblichen also sprich was führt dich hierher die gedenkfeier weißt du ist es jetzt zwischen er sehr und dem galleischen reich steht merle merle hat dir gesagt dass es schlimm aussieht dann kann sie ja wohl nicht ul da gemeint haben was bedeutet das gehäu vom struppigen wolf ok erfahrs nicht Bastarde waren unbedeutend ein volksstamm Bastarde hier hör mal in meinem game hier so eine sprache das kaiserreich ist noch gar nicht alt mhm es wäre uns recht wäre mir auch recht wenn die sich selber aushebeln könnten wenn die so drauf sind eine geisel des schicksals und da wieder aufbau sondern auch die primär den götzen die von den wieder erstarkten wilden stämmen beschworen werden und dann wieder diese stämme dann ja mein auge mehr als wir ganz krass viele namen hier ne beste größe diese botschaft die ich ihm gebracht habe irgendwie eine kompletter code für alles mögliche die die den die 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 Eine Zeremonienfeier, uiuiui, also da bin ich auch am Start. Überall wo ich hinkomme, wird Party gemacht. Sag doch, ich bin hier überall der Promoter. Rockstar. Geiles Outfit. Ja, was sollst du denen sagen? Nichts. Okay. Zufallsinhalte, Experten. Ah, okay. Endlevel, Endgame-Stuff. Abenteurerin, vielen Dank, dass du den langen Weg auf dich genommen hast. Du kannst nun gehen. Danke. Euch. Du hast nun Zugang zu den Linienluftschiffen zwischen den drei Stadtstaaten. Mit der Gebühr kann ich von Wandelplätzen an Bord gehen. Oh, Errungenschaft. Der Wald ruft. Okay. Hallo, ich möchte hier nicht dieses Viech markieren. Ich möchte mit dem Bartholomew sprechen. Ähm. Oh. Da gibt's Equip, das mir alles nichts bringt. Weil ich dieses crazy, äh... Ich hoffe, du hast einen angenehmen Aufenthalt im Sultanat, wenn ich mir die Frage erlauben darf. Hast du vorher nächste Zeit nach Limsa-Lominsa zu reisen? Habe ich das? Habe ich das? Weiß ich nicht. Wo auch immer du mich hinschickst, Bartholomew. Den Phönix-General. Oh, die Schenke zur Ertränkensorge. Das hört sich an, wie eine Bar, wo ich gerne hingehen würde. Badirungen her auch erfreut. Badirungen sprechen. Ok. Das ist die Karte. Also die ganz große Karte. Uiuiui. ich aber nichts lesen hier ich bin hier hier war ich schon im finsterwald aber auch noch nicht überall dann kann man nach Talanam da bin ich gerade aber man kann auch zu da ist Limsa und da muss ich eine Quest abgeben das ist ja praktisch dass ich da mein Ruhe Ding gesetzt habe Begleiter du wirst eine Pfeife erhalten mit der du einen eigenen Begleiter rufen kannst Pfeife benutzen unter Charakter im Hauptmenü hm ah äh ja da kann ich übrigens da ändert sich nichts wo ist denn jetzt diese Pfeife im Begleiter verzeichnis unter Charakter ich blöd Inventar in dem Inventar dass es so viele Inventare gibt aufziehe Luftschiff Pfeife ah benutzen jetzt wurde es hinzugefügt und jetzt muss ich irgendwo hier da hat kein Shortcut das mit den Waffen ist das Arsenal achso es gibt ja auch noch dieses Quest Quest Item Inventar weiß ich auch nicht wie ich das öffne Steuerung L Steuerung J ne ok Rufen jetzt habe ich so ein kleines Luftschiff was hier immer mitfliegt achja das ist ja ganz cute hmhm das kann ich mir auch auf eine Taste legen übrigens wichtige Frage was ist eigentlich die Akut Taste ich meine ich habe es mir unten schon gebeindet aber standardmäßig akut ist es ach das ist also ich habe eine Vermutung Steuerung ja ok das ist einfach die ja das ist die Taste rechts neben Schafes S also Apostroph ich weiß nicht warum die akut heißt äh so ok Begleiter bringen wir Begleiter noch irgendwas nehmen wir nicht dein Kämpfen teil Begleiter ok so die sind einfach nur cute und da und wir äh Moment ich hier würde ich mir gerne irgendwo irgendwo hier muss es auch noch einen Ätheriten geben bevor ich mich zurück hier deportiere das ist so einen richtigen suche ich jetzt mal wer da kann man noch was mit denen machen ok passiert wenn ich bin ich nicht rüber ok ich bin hier nicht rüber ok ok hier schauen wir mal gibt es hier äh gibt es hier keinen großen ätheriten ätheriten nur die kleinen nalt kreuzkern nalt kreuzkern nalt kreuzkern nalt kreuzkern ok gehen wir mal hier raus ahja drin draußen wohl da ist so ein Wüstengebiet oder so sieht auf jeden fall so aus cool hier wie das so raus steht hier ist aber nicht so viel los wie in Lumsa Lumbasa Limsa Lab seh ich lese gleich nochmal wo ich hin muss dann weiß ich den Namen wieder Limsa Limbasa irgendwie so ui ist der Himmel oder ist er wieder überdacht Moment Limsa ist der Catwalk der Chance ok das ist überdacht dachte ich gerade schon wie der Himmel sieht aber komisch aus hier ok dann jetzt zurück zum Heimatpunkt unsere Decks ja Limsa ist also das wo man rumhängt wenn man da nichts mehr zu tun hat ich glaube ich habe sogar wenig Spieler um mich rum an irgendwo hier hatte ich das doch eingestellt oder? ah jetzt dürfte ein bisschen mehr sein ok jetzt dürfte ein bisschen mehr sein ein Grund warum ich das hier auf niedrig habe um anzugeben schnell im Handel crazy Sachen sehen können wir mal ein bisschen hier rum gucken äh nicht rollen sondern Pose 1 gucken wir uns mal ein bisschen so die Leute an die hier so stehen Zeitnomaden ach Chocobo steht auf dem Calvin Klein Sport BH ja ja aber es geht also es geht allen wie mir und alle spielen irgendwelche äh Catgirls oder so für die Ästhetik Holodancer K ok 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 wie los ist gut immer zu meiner quest wo war die noch mal in den oberen decks ja ständig dieses aufzug gefahre luftschiff lande platz wahrscheinlich nicht im luftschiff lande platz wahrscheinlich jetzt genau falsch gefahren obere decks muss ich hinlaufen weil ich so ein trottel bin wenn man ich habe es durch zufall gefunden ja in der ertränkensorge stimmt das hätte ich mir auch merken können lass dich nieder wo immer du magst mädel bei dir auftrag für eine fähige abenteuerin das bin ich ach man kann laufen oder mit dem aufzug fahren jetzt mal stalker da kommt gleich wer ins bild ich weiß es das geheime ist der sas taschehöhle vielleicht kann ich helfen aber nur vielleicht vielleicht hast du schon mal von der sas taschehöhle gehört die nördlich vom bierhafen liegt angeblich schleichen sich dort nachts zwielichtige gestalten herum die gelbjacken sind alarmiert der befehlshaber kommandant reiner hat die abenteurer gilde um unterstützung gebeten ich weiß dass die informationen sehr vage sind aber kannst du trotzdem bei der hülle nach sind du musst wissen vor kurzem haben piraten die gemeinsame sache mit oh piraten die mach ich fertig wer kommt jetzt da wieder und mag mich nicht der kommandant reiner man kann square nicht outsmarten ich wüsste jetzt auch nicht wie bis jetzt also oder warum ich bin hier um die abenteuerin persönlich auf ihren einsatz vorzubereiten ok vor der küste des bierhafens ein unbekanntes schiff noch gar nicht lange her dass ich eine patrouille zur hülle geschickt habe und nach verstecken der sache die jungs waren sich sicher dass in den hüllen nur einige scheue hörl pausen ok ich guck mir die hülle noch mal an feiner für die abenteurer gilde aber nur wenn ihr auch gut zahlt im westlichen lanossea pel pelper also jetzt sind die namen aber absurd diese aufgabe ist gefährlich und du wirst die unterstützung anderer abenteurer benötigen Leute werden ins gefängnis geworfen wenn sie erwischt werden naja ok guck mal Sache sprichst du am besten mit der taube von der hülle der einladen spielricht geht nicht im test account aber was er hier sagt wenn es so ein dungeon ist würde ich schon mal rein äh linsen oh gott hier sind ja auch lauter blaue sachen ich muss ja blaue sachen soll ich immer machen um neue spielinhalte freizuschalten habe ich gehört erzählt man sich so beobachtet acker ohje ich kenne diese ingame die ingame namen genau mit dem test account ich kann halt leute keine leute in die gruppe einladen aber ich kann eingeladen werden ein kleiner auftrag für mich der gast scheint nicht mehr da zu sein dann ist die agenda das andere frisur ich das mache ich frisur ist gut irgendwann werden mich die dreadlocks nämlich nerven vielleicht erwischt ihn da aber ich kann ingame also mein geschlecht kann ich zum beispiel nicht ändern ingame oder mein körpertyp das ist eine kellnerin und ich kriege einen kosmetikgutschein oh das kann nicht ingame ändern ok das ist interessant das ist natürlich sehr interessant vielleicht muss ich das ändern weil ich bin ja auch im echten leben so ein unglaublich männlicher mann merkt man ja schon daran wie ich aussehe und so das muss ich mich auch identifizieren können im spiel wobei weiß wahrscheinlich nicht ein phantasia trinken das kostet 7 euro ok kommt vom spiel ok der schrei kam aus richtung wasserglas also muss ich jetzt hier irgendwelche das luftschiff hat mich gerade erschreckt wenn denn hallo er hat sein notizbuch vergessen der anleger vor der fischergilde noch ich habe ich hier noch was was ist denn hier die gilde der gourmets die gilde der platte das hat man schon und da sind die marodeure das sind die tanks ist doch gehilfen phantasie die gibt es am markt ok ja das aber ist alles zukunftsmusik für mich das ist alles mache ich jetzt erst das dem hier sein dings bringen oh damn da muss ich also hier raus ne muss auf jeden fall in die andere ebene guck mich mehr verfolgt ne sieht nicht so aus der äxtigen dame auch mal hallo dieser mann will mich in stücke schneiden so einen berühmten kosmetiker verabredet der ist einfach nur verwirrt der mann so sein name auch der kosmetiker ist immer noch nicht aufgetaucht seit dessen bedrängt mich dieser kerl also wenn das nicht einfach der kosmetiker ist no no ich sage nichts ich bin dumm wie ein fisch es sei denn du beschuldigst mich vehement ... ... No, ich sage nicht. Kann ich den beschuldigen? Vielleicht mit nem Emote oder so? Hm. Ich guck kurz nicht in den Chat. Ich probiere, beschuldigen Emote zu machen. Aha, es hat funktioniert. Mit nem Emote, ich wusste es. Ohne Chat-Hilfe. So. Hab ich nämlich nicht gelesen. Hehehe. Ich soll die Mademoiselle erschreckt haben. Non, non, ich bin selbst ein Opfer. Bitte öre mich an. Man hat mir meine Arbeitswerkzeuge gestohlen. Waren mein Erz und meine Seele... Ohne sie bin ich nicht. Seine niemand. Ja, ich glaub, die Frau versteht den Mann einfach nur nicht, weil er Franzose ist. Lass sein. Er ist der Kosmetiker und sagt so... Will sagen so, ey, ich schneide die Haare, aber alles, was sie anhört, ist wie er sagt so, ich schneide, ich schneide dich. Warte, ah ja, ich hab den In-Game-Gag verstanden. Ich flehe dich an, bring mir meine Utensilien wieder zurück. Du musst nur mit diesen drei Personen sprechen. Nansar von der Gilde... Also, das Haar kann er nicht aussprechen. Oh, Plothole. Nansar von der Gilde Lille Plattnär, Beatin von der Gilde Lille Zimmerer. Gilde Lille Zimmerer, sehr gut. Joop. Und Severian von der Gilde Lille Alchemistin. Sag ihnen nur meinen Namen, dann wissen sie Bescheid. Ich heiße... Jeanne de Lin. Der Koko... Der Koko. Gucken wir den mal hier genauer angucken. Okay, denn warum guckt der denn so traurig? Weil er sein Dings hier verloren hat. Okay, ich muss mit der Zimmerer-Gilde reden. Mit den Plattnär muss ich reden. Da sind die Plattnär. Da ist wer von den Plattnär. Zimmerer waren... Weiß ich auch nicht. Ich geh erstmal zu den Plattnär. Esam, öffne dich. Ich fühl mich so wichtig, wenn diese Türen vor mir aufgehen. Boah. Oh. Oh, hier komm ich nicht rein, oder? Entschuldigung. Entschuldigung. Probe mich nicht so an. Geh halt zum Hauptdanger rein. Esam, öffne dich. Also, die Berufe sehen auch echt funny aus. Gildenmeisterin Hinderhansar. Gildenmeisterin Hinderhansar hat sich schon wieder verloren und Nervenzusammenbruch, ja. Die Berufe haben eigene Quest rein. Ja, die blauen Queste von den Berufen selber habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon eine Mache, aber das wollte ich mir eigentlich ein bisschen aufheben. Kriegen sie ihn sofort zurück, sonst macht er noch alle und jeden verrückt, der wächst zu atmen, wenn er nicht herumschnippelt. Das habe ich gemerkt. Das ist mir... Ich dachte kurz, das wäre ein Billardtisch. Ich weiß auch nicht, warum. Kann man einfach alle Berufe erlernen, die es gibt? Erst den Char-Level, dann die Berufe machen. Ja, ungefähr so hatte ich es vor. Äh... Für den unteren Decks wieder. Ist aber nicht so... Gut gelaufen. Alle Berufe, alle Klassen auf einem Char. Ja, aber Klassen... Also Klassen... Jobs kann ja immer nur eins aktiv sein. So muss ich Beruf dann auch immer durch wechseln, welcher aktiv ist. Hui. Und was mache ich mit Berufen überhaupt? Kann ich mir auch so Rüstung machen und Waffen... Oder... Hm. Kometische Inhalte... Äh... Hier... Bilde der Fischer. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Muss ich... Da rein, runter... Oh, es ist so ein Labyrinth... Rüstung, Möbel, Glam, Gepetz... Bänkel, ruchstäbiges Gear... Glam ist einfach nur so... Ähm... Kosmetische Outfits... Oder? Also, dass ich mein... Noch mein normales Gear anhab, aber dass es anders aussieht. Und die Fischer-Gilde... Schurken-Gilde? Aha. 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 Hier sind ja auch gleich zwei Quests. Ja, praktisch, ne? Nichts zu tun hab. Doch, hier... Äh... Hier ist... Nimm mal das Buch. Die Agenda. Wo hast du sie her? Ja. Ach, Schurke ist auch ne... Ein Job? Oder, hm... Aus dem dann der... Aha, okay. Jetzt... Da dachte ich mir doch, dass da vorhin wer durchs Bild gehuscht ist. Hier noch ein Exemplar von dem Codex. Okay. Hier läuft einer in Jeans und oben ohne... Okay. Was man halt so trägt. Ich kann ja der Trinkensäug auch schon mal aus den feineren Krügen trinken. Uiuiui. Jetzt wird geglamt. Äh... Ein Heiltrank... Moment. Heiltränke sind immer gleich stark, wenn ich das sehe. Ne. Höchstens 160 LP. Okay. Ich hab nur das 32% gelesen. Dann nehm ich das Geld. Ich brauche ja... Ich hab jetzt 6000. Ich brauche ja schließlich noch... So ungefähr... 18 Millionen. Damit ich selber nen Club bauen kann. Dieser Stuhl hier. So... Achso, ich muss klicken. So kann ich mich nicht bewegen. Aktuelle Agenda. Dringende Aufgaben auf, die in dieser Woche erledigt werden sollen. Okay. Aber ich will noch nicht zum Bierhafen. Stopp. 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 In der Anfänger-Arena mit der Abenteuer. Stopp, 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 stopp. Ich möchte erstmal hier... Äh... Gucken, wo Beatin ist. Im Finsterwald? Wo ist Severin? Severian? In Tana... Lala... Kann ich da jetzt eigentlich... Okay. Gut. 400 Geal ist schon viel. Ach. Aber man kriegt ja bestimmt ganz viel. Ein paar Sonnenblumen. Deine Hotpants. Junger Mann. Äh... So gehst du aber nicht raus. Was habe ich verpasst? Oh, puh. Nicht viel. Ja, stimmt. Ich kann ja auch wenn ich gerne mit dem Luftschiff hinreisen. Aber es dauert halt länger. Und bis ich das auch finde... Was hat der Betuchte jungling eigentlich für eine Quest für mich? Ach Gott. Diese ganzen blauen Quest. Jetzt mache ich die... Alle Stufe 15? Da kommen die mich auch mal an. Sei vorsichtig. Mein treuer Diener. Aus dem neu öffneten Goldsaucer. Was ist der Goldsaucer mein Freund? Wo rennen? Taktisches Geschick. Ah. Es ist einfach ein Casino. Bisschen gambeln. Ein Casino. Bisschen gambeln. Hätte ich gerade ein goldenes Luftschiff Ticket. Danke. Danke für den Follow. Äh. Äh. Kira. Sag ich mal. Äh. Hier so. Moment. Schön ist nicht genug. Die mache ich gerade. Das heißt, ich möchte reingehen. Hier komme ich rein. Hier komme ich nicht rein. Ah. Denkste. Auch dir. Vielen Dank. Äh. Mein Stream Element. Jetzt. Es geht lieber. Komme ich hier nicht rein? Oh. Hier ist auf jeden Fall noch eine Quest. Ah. Faustkämpfer gilt er. Stopp, 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 stopp. Ich will kein Faustkämpfer, äh, Typ werden gerade. Nein, nein. Und falsch habe mich verlaufen. Entschuldigung. Tschüss. Hier steht doch zur Ebene der Redner. Wo konnte ich denn da nicht? Ach, ich muss da. Geht's zur Ebene der Redner. Ich habe die Karte falsch gelesen. Aha. Kira oder ein Yala? Äh. Ja, äh, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich level noch ein bisschen. Und, äh, morgen Abend wahrscheinlich noch mehr. Äh, mach's gut und einen wunderschönen Sonntagabend. So. Jetzt aber mal rein, diese Kosmetiker-Quest. Äh. Platt-Ätherin. Platt-Ätherin. Ah, hier ist die Gladiatoren-Gilde. Uh. Kann ich ein Gladiator werden? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht, äh, so smart dahin laufe, wo ich hinlaufen möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich einen ziemlichen Umweg gehe. Habe ich das hier schon? Die Kammer der Regentschaft? Stopp. Hier. Was für ein riesen Palast ist. Oh, ich würde so gerne Cola trinken jetzt. Warum habe ich mir denn keine Cola gekauft gestern, als ich einkaufen war? Jetzt so eine, oh, so eine eiskalte, mit so extra viel Kohlensäure. Mhh. Ah. Oh, wenn man so kurz, wenn man kurz so Bock bekommt auf so einen super süßen eiskalten Softdrink. Gott sei Dank hält das meistens nicht so lang bei mir. Ah, aber vielleicht mache ich mir einen Eistee. Glandelin schickt eine Assistentin. Ja, sein, äh, was auch immer, sein Werkzeugkoffer, sein Kosmetikkoffer ist, äh, weg. Aber ich bringe ihm gerne was mit. Jetzt müssen wir nur noch mit Beatin sprechen. Wo war die nochmal? Im Finsterwald. Kein Long Island. Ne, 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 bloß nicht, bloß nicht. Ich hab gestern, mein Stream um 18, ich glaub schon. Ich hab gestern, äh, die ein oder anderen, äh, Liter Wodka Matte in mich gekippt. Und, äh, das reicht jetzt erstmal für die Woche. Also, wobei, ähm, Bierchen, so ein Radler hab ich da, aber da hab ich grad so geschmacklich nicht so Bock drauf. So ein normaler Pfirsich-, so ein bodenständiger Pfirsich-Astee. Wend, jetzt muss ich hier wieder rein und ich find den Eingang wieder nicht, ne? Ja, ne. Bin wieder vorbei gelaufen am Entrance. Hm. Wodka Matte. Äh, ja, schmeckt sehr gut. Also, mir persönlich, weil du, wenn dir, wenn dir Club Matte schmeckt, ist es noch besser. Ich muss allerdings sagen, ich find Club Matte nicht so lecker, dass ich da eine Flasche Echse, wie zum Beispiel, irgendwie, wenn ich ein kaltes Red Bull im Sommer trinke oder irgendwie Eistee oder Cola. Ähm, und ich kenn das so als Club Getränk, Wodka Matte. Ähm, das coole ist, dass die Clubs, in denen ich feiern gehe, äh, wenn man das bestellt, kriegt man einfach eine volle Flasche Club Matte. Und so viel, wie man abtrinkt, wird mit Wodka aufgefüllt. Das heißt, man ist selber dafür verantwortlich, wie stark die Mische ist. Äh, was ich cool finde, weil wenn ich, wenn ich Geld hab, dann trinke ich natürlich super viel ab und dann hab ich eine starke Mische und muss nur einmal kaufen. Aber wenn ich dann sage, ich würd gerne noch was, noch so ein bisschen, dann trinke ich so ein, zwei Schlücke. Und, äh, dadurch, dass es dieses, der Mate-Tee ist ja so bitter und Wodka ist recht scharf, sag ich mal. Also, brennt. Ähm, ist das jetzt auch kein Getränk, das wie ein Long Island Icedee, das ich so nebenbei sippen kann, ganz entspannt. Sondern, das trinkt man über den Zeitraum und es ist immer wieder cool, aber es ist ja auch irgendwie ein, ein, ein frischer, belebender Geschmack und es ist nicht so klebrig süß, wie jetzt mit Energy oder so. Das ist schon, äh, das find ich schon gut. So, jetzt hab ich auch mit Beattyn gesprochen. Und jetzt hab ich so viel über, äh, Getränke geredet, dass ich mir schnell ein Eistee mache. Ich hab voll Bock, bis gleich. Ich hab voll Bock, bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Moment. Also es sieht ja aus wie... Jöjö, das hat gerade geleckt. Es sieht ja aus wie Fischfutter. Ich seh ganz schön fertig aus. Ich muss meine Kamera gleich wieder klein machen. Ich esse mal so ein paar. Boah, ich seh ich ja nur zuck... Boah, ach du Scheiße. Boah, ist das süß ey. Hey, das ist ja wie so kann... Nicht mal wie kann das sogar. Das ist mir... Das ist mir ein bisschen zu süß. Warum leckt denn jetzt OBS immer bei meiner coolen Transition? Das goldene Luftschiff-Ticket? Oh fuck. Das ist hier, ne? Ne, fuck, weil ich bin ja wieder im Finsterwald. Ja komm, dann travel ich da halt einfach nochmal hin. Kein Stress. Ich geb mein ganzes Geld aus für irgendwelche Reisen, weil ich nicht so klug meine Rückenplanung mache. Oh, ist das süß ey. Puh. Ich möchte gerne einen Kreuzgang, nee, einen Altkreuzgang. Ich bin immer so lost. Kein falsches Bild, nicht ver... Ach, Alp, keine Ahnung. Selbst wenn. Ich schäme keine... Ich schäme keine Körpertypen. Ich schäme gar nichts. Und kein Diabetes von? Das ist sehr gut. Wenn man gesund ist, ist das auch... Warte. Aber ich muss mit dem Lift zum Landeplatz. Okay. Wo ist der nächste Lift? Ich nehme wieder dieselbe Route wie gerade und verlaufe mich. Zutaten. Zucker, Dextrose, Säurungsmittel, Zitronensäure, Schwarztee-Extrakt, Pfirsichfruchtpulver. Rainforest Alliance zertifiziert. 5 Teelöffel für eine Tasse? 5... Also ich mache halt immer so eine Prise rein und denke mir, boah, das ist schon mega süß. Was mich hinbringt? Moment, erst probiere ich es selber. Aber... Ich suche nämlich jetzt mal... Gibt es hier so einen Aufzug? Aha. Aha. Da muss ich ja hin. So ein Luftschiff-Landeplatz, oder? Im dritten O.G. Oh yeah. Ich habe es easy. Das ist der Empfangsschanter. Hier ist mein goldenes Ticket. Bitte lassen Sie mich in die Schokoladenfabrik. Ja. Das ist ein Kaktus. Moment, ist in dem Kaktus nochmal ein Kaktus? Also ist in dem Gebäude ein Modell vom Gebäude? Okay, ich verstehe es gerade. Ja, okay. Hä? Da kann ich dann Blackjack spielen. Ding, ding, ding! Gefährlich. Denn ich liebe Glücksspiel. Deswegen mache ich es nicht. Ob es so gut wie das Monte Caolino Casino ist. Die Goldsauce. Ich will nur die Quest abgeben. Hoffentlich kommt jetzt keine Questreihe, dass ich alles mal... Okay. Nur die Quests abgeben. Und der Manderville Goldsauce. Wenn du genug Manderville Golds M.G.P. gewinnst. Zum Hauptschalter kann ich Gil gegen M.G.P. Die Rate ist 10 zu 1. Und die Uldische Gesetzgebung mehr als 500 M.G.P. Lassen Sie sich nicht zurücktauschen. Okay, es ist echt ein fucking Casino. Ich krieg 5 Gutscheine. Ja. Stopp, 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 stopp. Ich möchte eigentlich nicht herumgeführt werden. Na gut. Ich wollte eigentlich nicht hier... Okay, eine... Moment, Moment, Moment. Und... A P-Walk. Viel Spaß, Schätzchen. Ihr seht ja auch aus, als ob euer Job euch Spaß macht. Mhm, 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 hier wird bisschen jongliert. Grüß euch, grüße sie, grüße sie. Hallo. Guten Tag, ich würde gerne einmal all mein Geld verspielen. Willkommen im Goldsauce. Okobo Rennstrecke. Mhm. Sanfte Trabanten. Wo die Begleiter gegeneinander antreten. Aha. Ok. Ok. Eindruck, diese Statue. Von dem Kürbis. So, was hast du hier, Bro? Als erstes solltest du nämlich mal einen Teil deiner Jill in MGP... Oh, schon. MGP kannst du an sämtlichen Spielen teilnehmen. Ja, das, äh, ist schön, dass ich das kann, aber ich möchte es grad noch eigentlich noch nicht. Geld kannst du nicht verspielen, anders wie im Casino. Wie können die sich dann diese Area hier leisten? Frage ich. Ich muss jetzt mal mit der Kartenhändlerin im Kartenspielsalon sprechen. Oh Gott. Ich bin irgendwie ganz schön abgekommen. Von meiner eigenen Quest. Hallo Süße. Hör mal, guck mal. Wenn du eine Frau kannst du mir einfach süße nennen. Triple Triad. Hm. Weg aus fünf Karten. Geh einfach an, wenn du die Regeln lernen möchtest. Fang am besten heute noch damit an. Oh, die wollen mich auch reinziehen, ne? Ich möchte gerade, danke, aber ich möchte gerade noch nichts... Gerade noch nicht. Bestimmt jetzt irgendwo... Da. Okay, das war der blaue Bereich. Hol ich mir den Ätheriten, den es hier auch gibt. Okay, gut. Dann gehe ich mal zum Goldhäschen. Ganz schön. Sie ist ja ganz verloren aus Süße. Warum nennen mich denn hier alle Süße? Kenne ich alle nicht. Dürfen nur Leute machen, die mich kennen. Ich weiß nicht, fühle dich mal ein wenig herum. Ich fühle mich immer über so hübsche Begleitungen. Zwinker. Zwinky Zwonky. El Colosso. Das riesige Kaktormaskottchen ist der Star der Veranstaltung. Aha. V-Leder am Glücks-Kaktor-Schalter. Gut, dann suchen wir mal die V-Leder. Äh. Da. Ich nehme mal diesen hintenrum hier. Anmeldefrist für die Bühnenshow? Okay. Varietésaal. Hat er seine Kinder mitgebracht hierher? Also sie ist ein Kind. Ins Casino. Das ist ja, äh, über mir. Okay, ich bin auf der falschen Ebene. Was war das denn? Ah, die spielen die da irgendwas? Geht hier ab. Oh! Oh! Dieser Typ. Er ist hinunter gefallen. Ah, hier ist der Glücks-Kaktor-Schalter. Hallo, V-Leder. Hallo, meine Süße. Eine Scheu vor der großen Bühne. Jumbo-Glücks-Kaktor. Und jetzt geht's ab ins Rondell. Okay, okay. Da sind also Minigames am Start. Muss ich noch ins Grüne. Ins Rondell. Ich fühle mich hier ein bisschen underdressed auch. Oh! Oh! Oh, hier ist... Ah, hier finde ich gut. Wenn ich diese pekige Dekoration drüber rum wäre. Goldhässchen vom Gate. Oh! Okay. Herzlich willkommen im Goldhässchen am Rondell. Der Mount Coral. Wer jetzt das erste auf den Gipfel schafft. Der ist aber nicht so groß, ne? Am Halter kann ich mir ein Hauptgeschenk. Also der ist jetzt... Das ist ja jetzt auch nicht so hoch, ne? Wo fängt's denn an? Da fängt man wahrscheinlich an. Gibt auch andere Maps fürs Klettern? Okay. Aber das... Sowas finde ich cool. So ein bisschen Casey. Willkommen zurück. Ist mir eine ausgesprochene Freude dir als Zeichen. Ein Gratisgeschenk aus dem Fundus unseres Besitzers. Was kommt da jetzt der Besitzer vorbei? Der Roland? Was ist das für ein... Was ist das für ein... Outfit? Mein Name ist Roland. Ich würde damit beauftragt, mich im Namen... ...des Besitzers um das Tagesgeschäft zu können. Okay. Ist nicht der Besitzer, aber... Bro. Das See fällt mir an, dass ich mich eigentlich mal gravieren wollte wieder. Komm nicht mal morgen. Ein Mann jedoch hatte eine Antwort auf all diese Probleme. Godbird Mandeville... ...hat einfach ein fettes Casino gebaut. Weil er Geld liebt. Bis zum nächsten Mal. Ich hab die Gutscheine schon. Ich... Ich... Geh mal wieder, ne? Äh... So. Nämlich dem verwirrten Mann seine Arbeitswerkzeuge bringen. Zack. Zack. Über... Über ein ganzes Geld weg für rumgeteleportiert. Äh... Ich muss zu den oberen Decks wieder. Ich lauf dahin. Da lauf ich hin. Aber ich hätte... Du kannst doch direkt auf die Aufgabe klicken. Der zeigt es dir genau an. Ja. Ähm... Wieso, ne? Aber... Ich... Ich... Ich will jetzt gerne mal wieder ein bisschen was töten auch. Muss ich sagen. Das heißt, ich mach das jetzt mal ab und dann geht es mal mit dieser Fähre ins Bier... Dings... Die blaue Zeile. Ah... Okay. Got it. Danke. Meine Rüstung ist ja blau. Hinten. Meine Arbeitswerkzeuge rüber. Sie sind mein Herz. Meine Säte. Sie müssen sich nicht... Hier. Uno. Daz. Drei. Vergeben. A deux, trois. Mach dich auf etwas gefasst, mein Amor. Ich werde dir einen Schnitt verpassen, der deinem tristen Leben aneinbereit wird. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Ist das nicht auch Körperverletzung? Wenn jemand die Haare schneidet und es nicht wird. Schönen Spiegel macht dich auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Okay? Okay. Das ist eine Koryphäe der Kosmetik. Das ist eine Koryphäe der Kosmetik. Es ist eine makabre Situation, in der wir uns befinden. Nimm dieses Geschenk als Dank. Oh, mich schneidet der jetzt auch. Ich habe einen Helm auf. Ich sehe genauso aus wie vorher. Ich mache mich auch auf eine metaphysische Erfahrung gefasst. Und die habe ich immer Zeit. Leute, die Kosmetiker klingeln. Okay. Okay. Schönen Glückwunsch. Okay. Achso. Ach, gebürztes Geschenk. Ja, hätte ich mal Final Fantasy vor einer Woche angefangen. Ja. Vor vier... Ne, vor vier Tagen. Oder wie viel ist heute? 18. Ja, vor vier Tagen. Ich möchte wieder einen Termin machen. Ja. Einen Kosmetik. Den behalte ich. So. Alles Gute Nacht. Ich bin... Danke. Ich bin... Wie alt bin ich geworden? Muss ich das sagen? Lieber nicht. Oh, okay. Oh, damn. Ich muss da hin und ich habe... Oh, ich muss irgendwo mit der Fähre... Oh. Okay. Wo war diese Fähre? Kann ich bei den unteren Decks? Fähranleger. Ne, da. Ey, ich kann es übrigens... Ich kann es trotzdem sagen. Ich bin 29 geworden. Und habe damit noch ein Jahr, um... Ja. Jung zu sein. Da muss ich hin... Okay. Also, untere Decks... Äh... Fand ich eigentlich... Und wie cool denn ich gekommen bin hier. Wo geht es hier nach oben? Achso. Da kann ich einfach rumlaufen. Musik. Mh, 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 mh... 25 steuert auch auf die 30 zu. Ja. Das fühlt sich dann schon immer ein bisschen komisch an. Wenn man realisiert, wie alt man ist. Also bei mir zumindest. Kann ich hier nicht cutten? Irgendwie kann ich hier nicht durchs Wasser? Was geht hier nicht irgendwo die Treppe runter? Hier. Da geht es aber tief runter. Komme ich hier auch wieder raus? Da komme ich in die Fischergilde. Ah, hätte ich jetzt auch diesen Ätheriten hier nehmen können, ne? Naja. So. Rere Nazaru. Fahr mich mal zum Bierhafen. Für 40 Jill. Rät für ein Outfit hier. Jujujuj. Also teilweise sind die NPC-Namen schon wirklich einfach auf die Tastatur gehauen. Was gibt es denn hier? Freibrief ins Bierhafen. Ne, das mache ich nicht. Ich harmonisiere mich. Ich muss überhaupt irgendwo hier hin. Ja. Ich muss dich mit einem neuen Ätheriten harmonisiert. Ach, hier war diese Anfänger-Arena. Ja. Was sind es hier eigentlich für so Stäbe, die hier so durchstecken? Noch kein Design. Uiuiuiui, was kommt denn da für eine Wolke geflogen? Übrigens mal, dieser Helm ist so krankhässlich. Ich mache mich manchmal aus. Was für Dragon Ball Z-Stuff, was hier passiert. Das sind wie so Blitze, die da reingehen. Sieht nicht aus, als wäre es da durchgewachsen. So. Jetzt aber endlich. Gleich kann ich wieder was töten. Ich komme im Auftrag vom Rainer. Richtig, den hatte ich schon vergessen. Rainer und Vampirella. Dieser Taschehöhle. Ich hätte sie eben und auswendig. Alleine wirst du darin nicht weit kommen. Aber gucken. Techniken in der Anfänger-Arena habe ich schon gelernt. Ach, da hätte ich jetzt die Anfänger-Arena gemacht, wenn ich die noch nicht gemacht hätte schon. Kann ich. Mit der Gelbjacke vor der Höhle sprechen. Nehme mal an. Gelbjacke vor der Höhle. 25,6 Yards. Was ist das? Diese Entfernung. Naja. Ich weiß nicht, ob das hier Yards sind. Oder ob das eine eigene Entfernungseinheit ist. Gelbjacke. Warte mal, was bist du denn jetzt für eine Klasse? Neben dem Namen steht das. Habe ich dieses Mal. Muss ich untersuchen. Revolver-Klinge. Aha. Okay. Das Blaue heißt, das ist ein Tank. Glaube ich. Rot-Schaden, Blau Tank, Grün. Willst du die Höhle erkunden? Vielleicht. Ein unbekanntes Schiff. Welten in der Gegend ausschauen nach Piratenverstecken. Es könnte gut sein, dass sie sich hier irgendwo eingenistet haben. Das hier in der Sastascha-Höhle zwielichtige Gestalten herumtreiben sollen. Das habe ich jetzt noch nicht freigeschalten. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen, aber es könnte sich um die Halunken der plündernden Schlangen handeln. Die bekanntlich gemeinsame Sache mit den Sahajin machen. Inhaltshelfer freigespielt. Ist das Tascha nun zugänglich? Na, kommt da noch mehr? Okay. Stelle dich in Dungeons neuen Abenteuern. Du kooperierst mit anderen Spielern und NPCs, um Monster zu bezwingen, Aufgaben zu lösen und die Bosse zur Rechenschaft zu ziehen. Die abgeschlossene Dungeon erhältst du Belohnungen, die dir von Nutzen sein werden. Kannst deine Klasse oder Job innerhalb eines Dungeons nicht wechseln. Du musst ihn innerhalb eines bestimmten Zeitlimits abschließen. Wege in den Dungeon. Entweder kämpfst du an der Seite mit NPCs oder mit der Inhaltssuche eine Gruppe rekrutieren. Oder manuell eine Gruppe erstellen. Okay. Aha. NPCs, Inhaltshelfer. Eine Gruppe befreundet der NPCs. Das heißt, ich kann Dungeons auch als Singleplayer Experience haben, wenn ich das möchte. Interagiere mit dem Eingangsportal eines Dungeons, wähle mit NPCs betreten aus. Möchtest du einen Dungeon gemeinsam mit anderen Spielen, kannst du über die Inhaltssuche eine Gruppe rekrutieren. Aha. Wie mehr Dungeons ich habe, ja, das macht natürlich Sinn. Ich bin... Über die Inhaltssuche betreten und erkunden. Naja, das hier ist was NPCs betreten ist ausgewählt. Darf ich das machen, nämlich mit dem Test-Account? Hatte die Frage. 1 bis 4 Spieler. Eine Sache noch, ja. Mal. Rück mal auf Teilnehmen. Oh! Hatte ein Zahnrad. Oh, too late. Das gucke ich mir dann nachher an. Oh, das ging aber schnell, jetzt hier eine Gruppe zu finden. Oh, wie komme ich denn jetzt in den Group-Chat hier? Mehrere Monster schließen sich zu Gruppen zusammen, achtet auf die Sichtfelder. Und jetzt ist mein Level wieder gescaled auf Level 11. Und ich habe nicht alle Fähigkeiten. Okay. Aber ich muss da rein, damit es weitergeht. Ach, das habe ich nicht richtig... Das ist das Gilden geheißt. Okay. Okay. Ach, ich dachte, es wird automatisch entfernt, wenn ich das gemacht habe. Das war ja, äh, nicht so schlug. Das mir gerade... Da wäre ich jetzt gerade ganz schön enttäuscht gewesen, wenn das jetzt auch ein Dungeon gewesen wäre. So, ich muss mit dem hier reden. Danke. Diesmal ist der Bonus aber sehr klein. Heute Regel, hier anführen. Das ist dann für... So, das heißt, mit anderen Spielern betreten. Zack, zack. Zack. Das, das Tasche. Okay. Da bin ich, äh, gespannt. Okay. A, da stehen wir. Ah, jetzt habe ich auch endlich mal alle Fähigkeiten. Waffe ist aktiv. Okay. Okay, aber Trash ist ja nicht so... ...so schwierig. Vielleicht lerne ich hier irgendwann, äh, eine AOE-Attacke auch. Vielleicht lerne ich hier irgendwann, äh, eine AOE-Attacke auch. Ja, klasse hier. Abenteurer Pass. I don't know. Uiuiui Ich habe ganz schön viel getankt hier Riesenmuschel Ich habe das Gefühl so viel Schaden mache ich gerade nicht Wo sehe ich wen die Gegner analysiert haben Wo sehe ich das? Ah ja da, okay Ah ok 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 Ich bin immer noch so bewirrt dass man nicht looten muss Grüne Korallenformation Das hat sich bewegt Oh Und da kann man ja schon wieder rein, muss kein Dings abwarten Der Katzenzwinger hat sich geschlossen Erfahrungsstufe Würfelt um die geplünderte Schutz Wo würfel ich denn? Ah ok Ah das hier ist mir übel im Weg mit den Beuteregeln Leute Also das hier Gier Und das hier ist besser als das was ich an habe Da darf ich aber nicht Bedarf drauf würfeln okay Nur für Gegenstände die für meinen Job geeignet sind Und diesen Hundesound habe ich aber auch schon in ein paar anderen Spielen schon gehört Also das hier ist ein bisschen Und das hier ist für mich Und das hier ist für mich Oh, Captain Madison. Jetzt ist hier wieder so eine Schatztrohle. Aha. Das muss ich mir gleich nochmal durchlesen. Das muss ich mir gleich nochmal durchlesen. Ich muss den Bubel fallen lassen. Oh. 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 Bis sich die Rambarde schließt. Ich weiß gar nicht, was hier immer für Sachen sich schließen. Der Katzenzwinger. Die Rambarde. Und habe ich den Kapitän hier nicht gerade schon besiegt? Und habe ich den Kapitän. Und irgendwer würfelt wahrscheinlich nicht. Deswegen läuft es ab. Da kann ich mir ein Schlückchen Eistee genehmigen in der Katze sehen. Flossenlose. Irgendwas Schender. So schnell konnte ich nicht lesen. Asen steigen an die Oberfläche. Fischiges Wasser. Jetzt keine so große Herausforderung. Sollen wir irgendwelche Posen haben? Dann gucke ich mal hier. Ich habe einfach alles bekommen. Irgendwas gut für mich? Nee. Also ich habe lauter Axt habe ich bekommen. Hier so eine Krieger-Schutzbrille. Bossräume sind lila. Wenn da steht Katzenzwinger hat sich geschlossen, ist der Bossraum damit gemeint. Der Letzte, der bleibt, bekommt alles. Ich bin ein bisschen... Katzenzwinger hat sich geschlossen. Also keine Ahnung. Ich bin noch völlig überfordert. Das ging mir gerade alles zu schnell. Das muss ich mal... Das muss ich mal bei Zeiten in Ruhe nochmal machen. Aber das kommt dann morgen mit, wenn ich mit Ceburg einen Run mache. Aber die Schutzbrille... Hat ein direkter Treffer weniger, aber dafür eine Entschlossenheit und sieht cooler aus. Das heißt, ich ziehe jetzt diese Brille an. Und dann kann ich nicht meinen Kopf wieder einblenden. Dann habe ich auch coolen Loot an. Was habe ich noch bekommen? Na? Oh. Ein Strecker-Leggings. Gleichen. Wir haben exakt die selben Werte. Okay. Welche Stiefel sehen besser aus? Hm. Hm. Okay. Ich nehme einfach die hier. Wir können ja auch das Gear farmen. Ah ne. Kein Stress. Kein Stress. An dem Punkt bin ich noch lange nicht. Ich muss mit Bardaron sprechen. Achso. Ich kann ja so. Zack. Hier. Da habe ich da einfach... Moment. Das ist Limsa-Lominsa. Da habe ich doch meine Rückführung. Wie ich hier machen kann. Wie ich hier machen kann. Mit dem 90er-Join. Ja, ja. Aber das... An dem Punkt bin ich noch lange nicht. Dass ich irgendwas farme oder so. Ich bin... Das Game ist jetzt schon zu leicht. Wenn ich ehrlich bin. Das darf ruhig... Da muss ich nicht schon irgendwas farmen, um es mir noch leichter zu machen. Achso. Und jetzt. Wie verlasse ich noch mal eine Gruppe so, ne? Ah ja. Okay. Ja. Vielen Dank für das Tanken. Ähm. Ich muss den Bardaron erstmal erklären, was hier geschehen ist. Lega. Moment. Ich hatte ja 25. Habe ich gar nicht meine... Gilden-Quest gemacht, ne? Hm. Das bin nicht ich, der da steht. Ah. Ich dachte gerade schon. Nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Mhm. Das ist hier für ein cooler... cooler Dreizack. Was ist dein Ziel? Ob groß oder klein. Du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst. Es gibt dir die Kraft, harte Zeiten zu überstehen. Ja. Okay. Erst kackst du mich an, weil ich deinen Auftrag klaue. Und jetzt erzählst du mir hier irgendeine... Hättest du irgendeine Rede. Okay. Die Brille sieht doch nicht so cool aus. Wie lief die Höhlenerkunnung? Ja. War ganz gut. Gut. Die wollten sich da einlisten, aber... Haben sie jetzt natürlich nicht... ...gemacht. Abenteurer Gilde hat mich nämlich gerade gebeten... ... in ein paar fäge Abenteurer zu erzählen. Und mit Gridaniel? Da war ich doch... Da komm ich doch her. Das Geheimen ist der Satans Höhle. Das Tascha. Die Gruppensuche wurde freigeschauen. Okay. Er möchte mich nach Gridaniel schicken. Das trifft sich gut, da wollte ich eh hin. Da wollte ich eh hin. Das ist ja... Das trifft sich ja gut. Aber erst wollte ich noch was gucken hier. Hubschmiede. Sommee. Marodeure. In den unteren Decks gibt es... In... In... In Ulda gibt es... Also Marodeure. Radiatoren... Ne, ich habe nur... ... gerade überlegt... ... ob ich noch... ... ob ich hier noch was mache. Aber ich glaube, dann zieht es mich jetzt schon direkt... ... nach... ... äh... ... hier wieder... ... zum Finsterwald zurück. Das ist ein kurzer Ausflug in die City. Und hier ist der Finsterwald. So, jetzt ist nämlich die Sache, die E. Äh... Gab es hier nicht... Hm... ... die Waldläufer-Gilde. Die Zimmerer-Gilde. Hier nicht diese Droiden-Gilde auch? Oder bin ich jetzt schon wieder... ... soll ich mir jetzt vertan? Dann gibt es hier nur Waldläufer und... ... Regeniere. Ne, nicht irgendwo hier? Da! Droiden-Gilde. Den Stein habe ich mir nicht geholt, glaube ich. Oder muss ich da... Im Netzgebiet. Ah, den habe ich noch nicht harmonisiert. Okay. Weil wenn ich immer zwischendurch... ... meinen Job wechseln kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Droide wechsle... ... dann ist der Level 1, aber kann ich dann einfach normal weiter questen. Das ist äh... ... Frage. Die ich jetzt gleich herausfinden werde. ... ... harmonisier mich mal noch eben. Mit ein paar Steinen hier. Aber jetzt wäre ich gerne gereist. Äh... ... aber Droide ist ja ein Heiler, glaube ich. Würde ich mal behaupten. Genau. Okay. Und... ... wird Droide auf... ... 30 auch... ... zu einem... ... anderen Job. ... ... Bade oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bleibt es auch für immer Droide ist auch okay. Taumaturk gibt es ja noch. I don't know. Moment. Rezeption. So, mich interessiert nämlich was das ist. Ich will nämlich auch... ... ich will auch nicht Cebok zu sehr wegleveln. Deswegen wäre das vielleicht auch eine Überlegung, dass ich mir das jetzt hier mal angucke. Jetzt gucke ich mir nämlich nicht an, wenn ich mit ihm zusammenspiele. Komm in der Gilde der Droiden und möchtest die Geheimnisse der animistischen Magie erlernen. Ja. Ah, der Droide wird zum Weißmagier. Okay. Ah, der Pekingier wird Dragoon. Okay. Gut, ich möchte mal Mitglied der Droiden-Gelde werden. Mach ich einfach. Aha. Vor 550 Jahren sah das Leben anders aus. Damals lebten die Leute verborgen in der Unterstandsstadt. Oh, Gelbora. Mhm. Daraufhin wurde ihnen die Besiedlung des Waldes gestattet. Die Droiden... Das ist schon mal was ganz anderes als bei den Pekingiern. Bei den Pekingiern war es immer so, jawohl, hier wird gedrillt. Und hier so ein bisschen so... Wir sehen ein bisschen was. Natur. Okay. Ich möchte euch gerne mal beitreten und gucken was geschieht. Esu Mian, den Leiter unserer Gilde. Der oberste Seher. Dürfte ich im hinteren Teil der Grotte mitteilen. Okay, noch bin ich aber Pekingier. Der Hermetiker ist eine Ausnahme, der wird mit 30 zum Beschwörer und Gelehrter heiler. Und levelt beide gleichzeitig. Oh. Der Dungeons zum Heiler wechseln? Heilervorteil? Was heißt denn Heilervorteil? Dass man immer sofort was findet, weil es niemanden gibt, der das machen will. Und dann wieder zum Level den Beschwörer. Ja, ich weiß eh nicht. Gibt es irgendwie ein empfohlenes Level? Weil auf dem man sagen kann so... Zum Beispiel wenn ich sage, ich habe jetzt ein Pekingier auf Stufe 40. Dass ich weiß, wie der sich anfühlt zu spielen. Und wenn ich einfach jede Klasse so bis 30 oder 40 bringe. Dass ich dann weiß, welche ich cool finde und welche nicht. Es freut mich, Isu Mian. Du bist ein Droide. Bist du immer noch ein kleiner Bub. Heiler sind rar und kommen sofort in Dungeons. Aha. Das heißt, wieder das typische MMO-Problem. Das spricht aber auch gegen Heiler. Also das spricht dagegen, dass es eine neiße Klasse zu spielen ist, wenn das niemand machen will. Ein Wissen als Droide zu vertiefen. Aber Tanks gibt es hier mehr, ne? Also das war in anderen im Osten immer so... Dass es einfach wenig Tanks gibt, weil im Endgame bei Raids einfach auch so wenige gebraucht werden. Dass niemand so in Dungeons und sowas tankt. Dann will ich dir etwas über unser Tun erzählen. Wir praktizieren animistische Magie. Wir leihen uns die Kräfte der Natur. Unsere Zauber können sowohl heilen als auch... Bis 50 gelevelt und dann Sammerei gewechselt bis 90. Ja gut, ich spiele alles mal ein bisschen. Ich probiere alles mal ein bisschen aus. Unsere Zauber können sowohl heilen als auch Schutz verleihen. Aber ich habe doch auch offensive Fähigkeiten bestimmt als Druidin. Nicht als bloße Heiler oder Zerstörer. Wir unterstützen euch nicht so. Nun schaust du mich an wie alle Abenteurer vor dir. Sorge dich nicht. Okay. Ich verspreche es. Im Einklang mit der Natur zu leben. Ich habe schon Reds. Einer macht trotzdem Spaß. Okay, ja, ich... Dieses Video, was ich mir angeguckt habe, über alle Klassen. Da hat... Was hat sie gesagt? Irgendwie immer so... Bei jeder Klasse so... Ja... Die Klasse ist eigentlich ganz cool zu spielen. Und ist auch nicht so schwer. Kann jeder lernen. Bei den Klassen, bei denen es nicht so war, war es so... Ja, die Klasse ist jetzt nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Aber wenn man sich reinfuchst, kann man es trotzdem lernen. Wo ich mir denke so, okay, dann kann ich alles spielen. So. Bestiarium. Der Name der Kreaturen, die eine geeignete Herausforderung für Druiden darstellen. Überreiche dir diesen Stock. Okay. Ich lege diesen Stock an. Nur mit einer Druidenwaffe kannst du animistische Magie be... Danke. So. Jetzt bin ich nämlich Pic. Und jetzt kann ich mit ihm nicht talken. Oder ihr. Ich glaube es ist ein R. Und jetzt bin ich... Ich bin in der Ruhezone. Wechsel der Klasse. Einfach indem ich die Waffe wechsle? Warum kann ich dann diese Achse hier nicht anlegen? Ich bin da wahrscheinlich noch nicht... Oh! Oh. Oh. Upsi. Äh. Ups. Ja, nackt. Äh. Alles an... Oh. Aha! Die Maske! Jetzt bin ich Level 1 Druide. Ey. Das ist ja... Das ist... Äh. Das ist ja crazy. Und wenn ich zurück wechsle... Ich wieder pikiniere. Das ist ja crazy. Warum hatten die Gefieder der Pune so ne Notiz? Hier unten dran. Okay. Das ist ja... Okay. Man kann auch Schnellwahlen andenken. Ja, das sind die hier ne? Das habe ich schon mal angeguckt. Äh. Oh crazy. Ich kriegst im Ziel erdbasierten magischen Arsenal Bonus. Bekomme ein Routine Bonus. Ach. Das ist weil meine andere... Weil ne andere Klasse höheres Level ist. Kann ich das hier angucken? Hier. Regenier 27. Ah. Okay. Da gibts die ganzen Klassen. Ah. Ich kann sie... Ja. Ich muss die Aktionsleistung. Ich muss mir eh mal ein Interface dann irgendwie bauen. Irgendwann. Aber... Noch ist nicht der Zeitpunkt dafür. Ah. Beschränkter Job der Blaumania. Ja. Okay. Okay. Dann mach ich das mal. Halte den verschlissenen Stock mit Stolz in deiner Hand und sprich erneut mit Isomian. Ja. Ich habe sie... Ich habe sie an den Stock. Hier. Ich ziehe ihn sogar. Geht nicht während ich mit dir rede. Worstfungi. Okay. Die... Das... Die musste ich auch schon als Pekingier töten. Gut. Mach ich das mal. Blaumagier ist sehr speziell. Ah. Die Quest kann ich jetzt nicht mehr machen als Droida, weil die für Stufe 15 ist. Moment. Ich bin ja so krank überlevelt, ne? Also die Quest die ich gerade mache ist für Stufe 15. Und ich bin auf dem Pekingier 27. Dann könnte ich jetzt den Druiden bis Stufe 15 machen und damit dann einfach die normale Main Story weiter. Und wenn ich dann wieder so krass überlevelt bin nach ein paar Quests. Da... In meinem... In meinem... In meinem Gehirn passiert gerade was. In meinem Gehirn... Baut sich gerade ein crazy Plan auf. Am Anfang geht es überlevelt schnell. Ja, okay. Aber gut. Dann habe ich zumindest ein bisschen... Ein bisschen mehr Überblick über die Klassen. Ich habe nur einen Zauber. Und du fixst den Ziel in den Spahnzug. 1,4 Sekunden. Okay. Als Caster muss ich stehen bleiben zum Casten. Da muss ich mich dann also immer positionieren. Baumhörnchen. Hier, nimm das! Zack. Aber es macht ihr nicht langsamer, ne? Wie viel Mana kostet? 300. Ach, das steht mir. Haha, okay. Das ist die Zahl, die dabei steht. Oh, und schon Level. Oh, da. Jetzt geht es aber ab. Jetzt geht es aber wirklich fixy. Ja. Regenerierst LP des Ziels. Da mit mich selber. Okay. Auch noch einen Marienkäfer. Wieder! Stufe 3. Das ist Power-Leveling jetzt. Habe ich jetzt jeden Mob ein Level. Nochmal heilen hoch. Angriffssache unten. Okay, das ist ein Instant. Magischen Schaden über Zeit. Jetzt brauche ich noch Forst Fungi. Okay. Holy Diver. Ja. Wie sind meine Auto-Tags so? Oh ja, geht ja. Okay. Also es stimmt schon. Die Killgeschwindigkeit ist schon langsamer. Aber dafür werfe ich halt mit Steinen. Das ist auch... Welchen Song habe ich im Kopf? Was habe ich... Was habe ich... Was habe ich... Gesummt? Was? Was? Was von Pokémon? Da muss ich nämlich ziemlich viel dran denken beim... Ach, Holy Diver. Ja, weil... Irgendwer hier hieß gerade Holy Diver. Aber die Dio-Version, so sehr ich sie in Ehren halte. Kill Switch Version war es damals bei mir. Ich habe eine wunderschöne Singstimme. Von Dio war das Original. Genau, genau. Von Dio ist das Original. Auch mit gutem Musikvideo. Äh... Äh... Ätheriten-Netz. Zur... Ruinen-Gilde. Ah, wie ich jetzt hier schon mit dem Ätheriten-Netz rumreiße. Ich bin so ein Pro geworden. äh... Er giltmeister. Hat meine Ausbildung gut gemacht. Nur den Song und Dio von Tenacious Dirs ist es nicht dieses... Ähh... Am Anfang wo er, in dem... Wo er noch ein Junge ist. Äh... Ehh... Irgendwie so. Ah ja, okay. Ja, da, äh... Ja, Dio ist... Sehr gut. Also ich bin auch direkt Stufe 5 und kann den nächsten Auftrag annehmen hier. Mehr über das Wesen des Elements der Erde. Okay. Gesegnet einen jungen Baum im Nordwald und mache den Druiden Nolanel ausfindig. Dann möchte er sicherlich sein Wissen zum Thema Erde mit mir teilen. Das möchte er. Cooler Rucksack. Äh... Muss ich hin? Bin ich überhaupt... in den Nordwald? Da war ich noch nicht cool. Gehen wir jetzt da hin? Reparatur. Ah ja, ich könnte mal... Kann ich nicht irgendwie alles reparieren? Äh... Arsenal. Einmal kurz alles, was ich habe, reparieren. Warte für Hobbit Musik. Kann ich hier auch verkaufen. Komm mal weg. Ja. Ich mache eigentlich auch nicht mehr so lange. To be honest. Äh... Morgen Abend habe ich wieder. Vielen Dank schon mal fürs Einschalten. Ich hoffe, wir hören uns morgen auch wieder. Äh... Hier in den Nordwald. Mit der Druiden. Er ist da vorne. Nolanel. 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 Oh, hier ist ein Fade-Ding. Also erstmal muss ich kurz mit dem Nolanel reden. Qualitäten der Erde. Ein Fleckchen Erde, das Spuren von Verdorbenheit. Aha. Okay. Erstmal mache ich das hier kurz. Oh, ich will gar nicht die Schattenbilden killen. Naja. Opo, opos. Kurzes Fade-Event machen. Kürzes Fade-Event machen. So, mein Mana regeneriert auf jeden Fall schneller, als ich es ausgebe. Und wir messen, ob er das auf einen Stein auf mich wirft. Oh, Stufe aufgestiegen. Hier wird gefightet. Oh, das ist das. Okay, aber mit dem Dot kann ich auf jeden Fall mehrere gleichzeitig angreifen. Okay. Oh mein Gott, mir läuft die Zeit davon. Oh, Fade erfolgreich. Okay. Ohne Gesegnet. Ohne Gesegnet. Halt. So. Oh, Leute. Ich muss noch was sagen Sollen wir noch ein bisschen machen Sollen wir noch so ein Stündchen machen Ein, zwei Stündchen Oder Gehe ich jetzt ins Bett Ich glaube das reicht erstmal für heute Also was zumindest den Stream angeht Ich würde mich Sehr, sehr Freuen Wenn ihr rein Followen würdet Oh Luna Hi und danke für den Follow Genau Nach sechs Stunden jetzt am Stück Bin ich auch ein bisschen müde So sonntags Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Spielen aber so ganz entspannt Ich mache mir jetzt noch was zu essen Äh Mach erstmal das Licht aus Das hier nicht mehr so hell ist Und ich Ein bisschen Rücklehne Vielleicht mit Controller Und Morgen Wenn ich dann ganz ganz fleißig An meiner Masterarbeit gearbeitet habe Und Abends nach Hause komme Mach ich den Stream wieder an Und dann spielen wir auf der Pekinierin Wahrscheinlich weiter Mal die Story Und dann freue ich mich wieder Euch da wieder begrüßen zu dürfen Äh bis dahin